Hallo zusammen, mein Name ist Iresa und das hier ist Bloodborne, die Geschichte und Hintergründe. Das ist die 14. Folge und letztes Mal haben wir, nachdem wir in der großen Kathedrale die blutige Krähe von Kainers besiegt haben, das komplette obere Kathedralenviertel erkundet und dort auch gegen den himmlischen Abgesandten gekämpft und am Ende auch noch gegen Ebreitas, die Tochter des Kosmos. Und ich habe letztes Mal am Ende dann relativ schnell Schluss gemacht, ich habe zwar noch ein bisschen über alles mögliche geredet, aber es gibt in dem Raum, in dem wir gegen Ebreitas gekämpft haben, nämlich den Altar der Verzweiflung, da gibt es immer noch ein bisschen was zu entdecken und ein bisschen was meine ich exakt ein was, aber das werden wir uns jetzt einfach mal ansehen. Ist den meisten wahrscheinlich klar, wovon ich rede. So, jetzt sieht man hier auch schön, dass dieser gesamte Grabstein voll ist. Hier gibt es keine weiteren Orte zu entdecken, da darf man jetzt leider nicht hoffen, dass das bei den anderen Grabsteinen auch noch so wird, die werden alle nie so viele Orte haben wie der erste. Aber der hier geht nicht mehr weiter, das war es jetzt. So, Altar der Verzweiflung, genau. Das ist der Raum, in dem wir letztes Mal gegen Ebreitas gekämpft haben. Und ich habe letztes Mal ja auch den Altar selbst gar nicht angeschaut. Wir haben kurz geschaut, wie er aussieht, aber man kann an dem Altar ja auch was machen und das habe ich einfach nicht gemacht. So, so sieht es hier aus. Und da vorne stand die gute Ebreitas. An diesem Altar, ich habe letztes Mal ja schon kurz die Theorie in den Raum geworfen, dass Ebreitas, weil der Name ja an einen Schmetterling angelehnt ist aus Afrika, dass Ebreitas sowas wie ein Schmetterling sein könnte und Raum sowas wie eben die Raupe oder der Kokon von dem Schmetterling vorher. Aber ich persönlich glaube nicht wirklich daran, dass das so ist. Wie dem auch sei, wir können den Altar untersuchen. Und was jetzt passiert, wirkt sehr, als wäre es eigentlich, ja, im Englischen sagt man Card Content, also Inhalt des Spiels, der rausgeschnitten wurde oder eben nicht mehr eingefügt wurde, bevor das Spiel veröffentlicht wurde. Wahrscheinlich wegen Zeitmangel. Weil das ist ja eigentlich bei jedem Videospiel und eigentlich auch jedem Buch und jedem Film so, dass am Ende einfach Sachen entfernt werden, weil es einfach zu lang ist oder weil keine Zeit mehr ist, es wirklich perfekt fertigzustellen, gerade bei Spielen, ist das ja das größte Problem, dass man immer irgendwas geplant hat und sich was vorgenommen hat und dann reicht die Zeit nicht, weil das Spiel rauskommen muss, weil hängen ja eine Menge Leute mit dran und es geht ja um viel Geld. Und dann wird das eben einfach rausgeschnitten. Und in dem Fall scheint es sich um etwas zu drehen, was direkt mit Cainhurst zu tun hat. Ich habe ja bei Cainhurst, als wir da eine ganze Folge verbracht haben, schon mal erwähnt, dass Cainhurst insgesamt sehr wirkt, als wäre da sehr viel vom Inhalt einfach rausgeschnitten worden. Und das hier gehört auch dazu. So, bevor ich das mache, weil ich mir nicht sicher bin, ob der Gegenstand verschwindet, wenn ich das mache, lese ich das Königinnenfleisch aber jetzt gerade nochmal durch. Um das geht es nämlich jetzt. Überreste von Annalise, Blutkönigin von Cainhurst. Diese rosafarbene Masse Fleisch bleibt warm wie verflucht. Gegrüßt sei die unsterbliche Königin des Blutes. Das lese ich ja jetzt nicht umsonst vor, weil dieser Altar scheinbar was damit zu tun hat. Altar Fleisch anbieten. Für diesen Fleischfetzen fließt die Zeit rückwärts. Und man hat es auch gesehen, der Bildschirm ist kurz einfach schwarz geworden. Er hat es kurz ausgeblendet, wieder eingeblendet. Das wirkt, als wäre da mal eine Videosequenz oder sowas geplant worden und dann nicht eingeführt worden. Also irgendwie, als hätten die Macher nicht so ganz gewusst, was sie jetzt hier machen sollen und haben diese sehr unglückliche Lösung gefunden, einfach kurz das Bild schwarz werden zu lassen. Und tatsächlich, zum Glück habe ich es vorher vorgelesen, jetzt ist das Fleisch nämlich weg. Wenn wir dieses Königinfleisch nicht hätten, dann könnten wir mit dem Altar gar nichts machen. Das ist natürlich, falls man Cainhurst nicht entdeckt hat, das kann ja durchaus passieren, ist ja sehr versteckt, dann steht man halt vor diesem Altar und wundert sich bis zum Ende seines Lebens, warum man den untersuchen kann und hier einfach nichts tun steht. Naja, also dieser Altar scheint irgendwie was zu sein. Werden wir gleich drüber reden, wenn wir wieder in Annelies' Kammer gehen. Und Possum Girl fragt gerade, ob es noch was über die Statuen an der Seite zu wissen gibt. Also ich glaube, ich habe letztes Mal schon relativ viel drüber erzählt, das scheinen alles Statuen zu sein, die irgendwelche Wesen darstellen, die eben keine Yarnamiten sind. Das sind teilweise Tumera, teilweise irgendwelche Monster, die im Spiel überhaupt nicht vorkommen. Gerade diese großen hier. Ich finde, mich erinnert es sehr an, wie heißt sie, die versunkene Stadt Rile von Lovecraft, die Stadt, in der Cthulhu schläft. Ich weiß nicht, ob sie die versunkene oder die vergessene oder die Traumstadt oder wie auch immer heißt. Jedenfalls erinnert es mich vom Design her sehr daran, wie diese Stadt oft dargestellt wird, weil überall diese, ja im Englischen original immer zyklopischen Bauten sind. Das ist alles sehr groß, sehr gewaltig. Diese Monster sieht fast aus wie eine Menge an Leuten da, wenn man da in die Richtung schaut. Ich finde, das wirkt einfach sehr, als wäre das nicht von den Menschen der Kirche selbst erbaut. Also ich persönlich glaube, diese Höhle hier ist tatsächlich auch wieder ein Eingang in eins der Kelchverließe. Und ich glaube auch, es ist kein Zufall, dass man quasi drei Höhlen im Spiel findet, die potenziell, oder drei Gebiete finden, die potenziell Eingang in Kelchverließe sein könnten. Und es vier Kelchverließe gibt, von denen eins in einem ganz fernen Land ist und der Rest hier scheinbar irgendwo unter Jammel. Was ich letztes Mal beim Anschauen der letzten Folge, ist mir das aufgefallen. Ich habe während dem Kampf gegen Embrietas gesagt, während sie in die zweite Phase geht, wo dann die Musik sich ändert und sie auch anfängt, diese Sternen-Schnuppen zu beschwören, die auf einen geschossen werden. Bild sich um sie herum, so eine Art Aura aus blauen Partikeln, die in der Luft schweben, so richtig kreisrund um sie herum. Und ich habe noch gesagt, achtet da mal drauf. Und dann habe ich nichts weiter dazu erzählt. Das mache ich jetzt, während wir uns nach Cainhurst teleportieren. Weil diese Aura, die sieht genauso aus wie eine sogenannte Ortwolke. Also Ort ist mit zwei Uhr geschrieben, ist ein komisches Wort. Wahrscheinlich nach irgendeinem Wissenschaftler benannt. Ich war mal wieder nicht vorbereitet und habe nicht nachgeschaut, warum es genau so heißt. So nennt man aber das äußere Gravitationsfeld der Sonne. Also man sieht quasi, wenn man sich von der Sonne entfernt, irgendwann genau dieses Feld, ab dem die Gravitation der Sonne einfach aussetzt, an dem keine Partikel mehr von ihr angezogen werden oder in ihrer Gravitation festgehalten werden. Und natürlich, je weiter man weg geht, umso mehr wirkt die Gravitation nur noch auf sehr kleine Teile. Deswegen bildet sich so eine richtige kreisrunde Wolke, wie eine riesige Aura, um die Sonne selbst. Und ich glaube, das haben auch viele Himmelskörper, aber erst ab einer gewissen Größe scheint diese Ortwolke wohl richtig deutlich sichtbar zu sein. Und sowas bildet Ebrietas, wie es aussieht, eben auch um sich selber in ihrer zweiten Phase. Und dann beginnt sie auch damit anzufangen, den Kosmos zu beschwören und eben diese komischen Laser auf uns zu schießen. Fand ich ehrlich gesagt ganz interessant, weil sie ist ja auch die Tochter des Kosmos und so weiter. Also, dass sie dann auch diese Aura hat, wie eben tatsächliche Himmelskörper sie haben, ist ein ganz netter Effekt. Ich werde, wir werden das auch nochmal sehen, ich habe ja schon angekündigt, dass Ebrietas im Kelchverlies auch nochmal ein Boss wird. Da werden wir wahrscheinlich nochmal mehr drauf achten. So, hier sind wir wieder in der Kammer von Annalise, die wurde ja von Alfred getötet und zerkleinert und zerhackstückt und wir haben dieses Fleisch von ihr einfach mitgenommen. Alfred hat sich mittlerweile selbst das Leben genommen, um als Märtyrer zu sterben, weil er dachte, Annalise wäre jetzt aus der Welt. Aber hier sitzt sie jetzt wieder, nachdem wir ihr Fleisch in den Altar gegeben haben. Sie wird wahrscheinlich immer noch nicht mit uns reden wollen, wenn wir uns nicht hinkriegen. Wir können hier mal in den Blutsamen gehen. Nehmt diese Belohnung dafür an, da freue ich von unserem verdorbenen Blut. Soviel dazu. Also das mit dem Blutsamen hatte jetzt nichts mit der Sache mit dem Altar vorher zu tun. Das ist einfach, was man als Ekelblut macht. Man sammelt diese Blutsamen ein, indem man andere Spieler oder andere Jäger eben tötet und dann bringt man die hier und dann steigt man in der Rangliste der Ekelblüte auf. Das hat keinen größeren Wert. Die Tatsache, dass wir sie jetzt gerade wiederbelebt haben, scheint ihr persönlich komplett egal zu sein. Das kann natürlich auch wieder sein, weil eben da Inhalt vom Spiel fehlt. Weil wenn sich die Macher nicht die Mühe gemacht haben, an dem Altar irgendwas einzubauen, was jetzt mit diesem Fleisch passiert, was irgendwie darstellt, wie sie jetzt wiederbelebt wurde, dann haben sie natürlich auch nichts eingebaut, dass sie überhaupt darauf reagiert. Es kann aber auch sein, dass sie einfach so sehr daran gewöhnt ist, dass sie immer wiederbelebt wird. Weil sie ist ja unsterblich. Sie wird ja auch aus der kleinsten Zelle irgendwann wieder herauswachsen. Also kann es sein, dass sie das überhaupt jetzt nicht als sowas Besonderes wahrgenommen hat, dass wir jetzt losgezogen sind und sie tatsächlich einfach wiederbelebt haben. Naja, wenn sie es gewohnt ist, ist ja auch eine Königin, die braucht sich nicht darum zu kümmern, wie es uns geht. Kleine interessante Sache, sie tritt ja diese Maske und hat eben diese weißen Haare. Und sie hat weiße Haut. Die Theorie ist, dass sie tatsächlich selbst von Thumeran abstammt und deswegen eben diese weiße Haut, die weißen Haare hat und eben auch eins von diesen Gesichtern hat, die Thumeran immer haben mit dem großen, runden Mund und deswegen diese Maske tragen muss, damit die Leute nicht sehen, dass sie kein Mensch ist. Also diese Maske wurde ihr womöglich von Logarius und den Henkern aufgezwungen. Eben sehr wie beim Mann mit der eisernen Maske und so weiter. Wenn man nicht will, dass die Leute erkennen, wen sie vor sich haben, setzt man ihm eine eiserne Maske auf. Und noch ein kleiner Funfact, das habe ich tatsächlich jetzt erst diese Woche in einem Video gesehen. Das hier ist ja der Helm von Cainhurst. Und der hat auch hinten diese weißen Haare. Und die Ritterperücke, die auch zu Cainhurst gehört, hat auch diesen weißen Pferdeschwanz. Da ist es natürlich naheliegend, dass ihre Maske selbst diese Haare auch dran hat, dass das gar nicht wirklich ihre eigenen Haare sind. Aber ich habe, wie gesagt, diese Woche erst ein Video gesehen von einem Spieler, der das Spiel gehackt hat und irgendwie an Items rangekommen ist, die für Spieler nicht verfügbar sein sollen. Gerade eben Rüstung und Kleidung, die nur NPCs tragen sollen, wie zum Beispiel die Kleidung von der alten Frau oder Alfreds Kleidung, während der Blut verschmiert ist und so weiter. Und da war eben auch Annalises Kleidung dabei. Und das Kleid kann man theoretisch tragen als Spieler, weil sie ist ja auch eigentlich nur ein Spielermodell. Und zu dem Kleid gehört auch die weiße Haut und die Haare. Und die Maske ist ein einzelner Helm. Und das ist ist natürlich, das ist Data Mining. Das ist natürlich jetzt nicht ganz klar, ob das wirklich auf die Lore, also auf die Geschichte eine wirkliche Auswirkung hat. Bei Dark Souls war es ja auch so, dass man, wenn man bei irgendwelchen Charakteren die Helme tragen, in den Helm sich reingeglitscht hat und gesehen hat, was sie für ein Gesicht hat, da haben die Macher ja extra noch gesagt, die Gesichter, die die Figuren im Spiel haben, solange sie einen Helm tragen, sind nicht ihre echten Gesichter. Davon können wir nicht ausgehen. Deswegen gab es dann eben auch so Sachen wie das Siegmeier und Sieglinde in Dark Souls 1 vom Modell her weiß sind, aber das sieht man als normaler Spieler nie, weil die beiden aus Katarina kommen und in Katarina sind eigentlich alle schwarz. Und das war dann einfach nicht beachtet, weil es eigentlich egal hätte sein sollen, aber Spieler haben irgendwie rausgefunden, dass die Modelle weiß sind und jetzt glauben die Leute, die haben eine andere Hautfarbe. Und vielleicht ist es eben vergleichbar hier mit den Haaren von Annalise. Vielleicht hat sie weiße Haare, lange weiße Haare. Das ist das, wovon ich jetzt einfach mal ausgehen würde. Oder sie hat diese langen Haare an ihrer Maske, aber das würde meiner Meinung nach keinen Sinn machen, weil diese weißen Haare, die die Ritter extra an ihren Helmen und so weiter dran haben, scheinen ja ein Schmuck zu sein, um wahrscheinlich eher wie Annalise auszusehen. Wenn sie tatsächlich unsterblich ist, dann werden ihre Haare auch entsprechend schon viel gewachsen sein. Vielleicht sind die weißen Haare an den Helmen tatsächlich ihre Haare. Wäre ja möglich. Wenn jetzt aber jemand wie Lou Garris und die Henker ihr eine Maske aufzwingen, werden die an dieser Maske ja nicht extra noch mal Haare anbringen, die den Schmuck nachempfunden sind, den die Leute aus Cainhouse tragen. Das wäre ja irgendwie bescheuert, ihr noch diese Ehre zu erweisen, wenn man eigentlich möchte, dass sie stirbt. So, aber genug davon. Das war nur so ein kleiner Schwenk mal zur Seite. Ich schaue mal, ob wir den Level bekommen können. Aber wir wollen ja auch mal weitermachen. So, langsam sieht es ganz gut aus mit unserem Markarenwert. Weil jetzt gehen wir endlich mal weiter in die Gebiete, wo die Geschichte auch wirklich weitergeht. Wir waren ja schon im Unterrichtsgebäude, vor zwei Folgen entsprechend. Und ich gehe jetzt mal wieder in den ersten Stock. Falls ihr euch erinnert, im Unterrichtsgebäude, im zweiten Stock mal ein haufenweise von diesen Studenten aus Quecksilber und eben auch einen Riese mit brennenden Händen. Der ist jetzt wahrscheinlich auch wieder da. Da oben waren wir. Und hier in dem Raum haben wir mit Patches der Spinne geredet. Der ist immer noch da. Ich rede einfach nur mal nochmal mit ihm. Äh, seid gefrüßt. Äh, verzeiht aber, ich spüre, wie ein tiefgründiger Gedanke sich regt. Über die Barmherzigkeit eines gewissen Gottes und wie er seine Liebe offenbart. Ich weiß bei Patches überhaupt nicht einzuordnen, was er eigentlich redet. Also entweder scheint er sich einzureden, dass Amygdala gar nicht tot ist oder Amygdala, wie er ihn ja nennt. Ähm, oder vielleicht ist Amygdala gar nicht tot, weil man weiß ja gar nicht, wie das jetzt ist mit solchen Wesen. Oh mein Gott. So, den ignoriere ich jetzt einfach und gehe hier durch die Tür. Ähm, vielleicht will er, also wie gesagt, vielleicht will er es nicht wahrhaben, vielleicht ist Amygdala nicht wirklich tot. Man kann es ja nicht wissen, bei so transdimensionalen Wesen, wie Amygdala ja zu sein scheint. Ähm, vielleicht, ähm, macht er keinen Unterschied zwischen den falschen Gottheiten und Amygdala aus der Albtraumfront. Aber wie er noch sei, jetzt geht es weiter. Mensis Albtraum. Mensis, erinnern wir uns ja alle, ist die Schule von Mensis. Das sind die Leute, die in Jahagul gelebt haben oder zumindest dort ihre Rituale vollzogen haben. Also es haben vielleicht noch mehr Leute da gelebt. Und in Jahagul waren überall geschmolzene Leichen. Und jetzt sieht man mal hier, sind überall Schädel an den Wänden. Ob Possum Girl schreibt gerade, dass Patches vielleicht eine Anspielung darauf macht, dass ich ihn verschonen sollte? Kann ja auch sein. Vielleicht meint er das so. Vielleicht sind wir jetzt sein gewisser Gott und nicht mehr Amygdala. Schwer zu sagen. Er ist irgendwie sehr undeutlich. So, komm hier raus. Und dieses Gebäude haben wir schon mal gesehen. Von der Albtraumfront aus. Ganz weit in der Ferne konnte man das erkennen. So, und jetzt sind wir hier einfach irgendwo im Dunkeln. wir sind im Mensis Albtraum. Also wir sind wahrscheinlich in einer Albtraumwelt. Wir haben ja auch gerade schon, habt ihr vielleicht auch gesehen, diese Meldung auf dem Bildschirm gehabt, dass jetzt eine Glockenmaid wieder da ist. Und die sind ja in Albtraumwelten immer auch da. Also gut möglich, dass ein anderer Spieler auftaucht und mich tötet. So ist dann das Leben. Ich möchte ehrlich gesagt nicht offline gehen dafür. Das finde ich irgendwie gehört ein bisschen zur Spannung dazu. So, und hier steht so eine Loran Silberbestie. Sie ist auch sehr schwach. Die haben einen kleinen Clou. Die sind ein bisschen was anderes als die anderen Loran Silberbestien. Kann man schwer erkennen. Sieht aus, als hätte er eine riesige Zunge in seinem Maul. Ich gucke mal, ob ich den irgendwie bewegen kann. Das sieht man natürlich auch glaube ich nochmal genauer in den Videos von Jerksons Frontiers, der diese Bloodborne Up Close Videos macht, in denen er sich die Gegner wirklich ganz genau von ganz nahem anguckt. Ist gar nicht so einfach zu steuern. Ja, man sieht es nicht hier in dem. Vielleicht sieht man es nur im lebenden Modell. Aber hier haben diese Loran Silberbestien in ihrem Mund noch da sieht man den Kopf von einer von diesen Parasitenlarven, von diesen Würmern, die wir unter anderem in Cainhurst gefunden haben. Und in dem giftigen Teich im verbotenen Wald, der zum Hintereingang von der Safecast Klinik geführt hat. Und wenn man diese Typen hier auf die, ich nenne es jetzt mal falsche Weise tötet, dann wird auch noch was passieren. Das sehen wir aber gleich. So, da drüben liegt eine Leiche mit dem Gegenstand und aus dieser Leiche ragen ganz viele Sperre raus. Solche Sperre haben wir schon mal gesehen, aber ich habe nichts, kein Wort drüber verloren. Jetzt wird es interessanter. Da beginnt das Haus zu leuchten, dieses Fenster. Und jetzt seht ihr, wir werden wahnsinnig und Sperre aus Blut entstehen aus unserem Körper einfach heraus. Wir sind nicht sehr resistent gegen Wahnsinn, sehe ich. Das sollten wir wahrscheinlich ändern. Ich werde einfach eine Rune anlegen, damit unsere Resistenz gegen den Wahnsinn ein bisschen höher ist. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen von unserer Einsicht ausgeben, weil es hat ja auch Auswirkungen drauf. Was ich nicht machen werde, ist unsere Kleidung wechseln. Dafür habe ich zu lange drauf gewartet. Ja, wir haben 60 Einsicht. Ich glaube, da muss ich mal ein bisschen was loswerden. Die brauchen wir ja eigentlich nicht. Was wir jetzt gerade gesehen haben, während dem der Wahnsinn eingesetzt hat, dass eben diese roten Sperre aus unserem Charakter einfach rausspießen. Das ist ein Effekt, das sieht aus, als würde sich unser Blut quasi in Sperre verwandeln. Das ist durchaus möglich, dass es so ist. So, jetzt sind wir mal ein bisschen einsichtlos geworden. Jetzt sieht man auch oben den Wahnsinns und den Biestmeter vor allen Dingen, weil mehr Einsicht auch dafür sorgt, dass der Biestmeter schrumpft. Das heißt, wenn man einsichtlos wird, dann wird der Biestmeter größer und das wird immer auf die Weise angezeigt. Ist ja gar nicht so wichtig. Also in diesem Licht, von dem wir wahnsinnig werden, scheint sich aus unserem Blut einfach Sperre zu bilden. Und das könnte sehr eben wie zum Beispiel Blutkristalle funktionieren. Das sind ja auch quasi feste Teile aus dem Blut, die kristallisiert sind. Deswegen kriegen wir auch aktiv Schaden, wenn wir in dieses Licht laufen. So, man beachtet, dass hier alles aus diesen Schädeln ist. Da seht ihr diese Sperre. Die machen eben auch wirklich Schaden an uns. Das heißt, wir werden nicht nur langsam wahnsinnig, wir kriegen auch wirklich aktiv Schaden. Okay, es läutet die wieder ihre Glocke. So, ich versuche mich mal ein bisschen von Ort zu Ort zu bewegen. Da kommt jetzt die nächste Silberbestie angelaufen. Die kriegt auch Schaden durch diesen Strahl. So, ich mach die mal mit Blitz kaputt. Weil man dann sehen kann, was dann passiert. Da kommt nämlich plötzlich solche Würmer aus hier raus. Und das ist natürlich richtig, richtig garstig, weil, hab ich ja schon mehrfach drüber geredet. Die Viecher sind nicht gut. Die kriegen von nix gescheit Schaden. Man kann sie unglaublich schwierig nur treffen. Selbst mit dem Flammenwerfer. Man sollte meinen, dass sowas gut ist gegen die, aber das scheint die gar nicht zu interessieren. Es sind eben diese Parasitenlarven. Und das ist auch was, was diese Silberbestien hier einfach im Maul haben. Solche Parasitenlarven. Das ist sehr interessant. Das scheint quasi, die ersetzen quasi ihre Zunge ähnlich wie dieser Isopod-Art, die existiert. Also ungefähr so, so große oder vielleicht auch nur so kleine, je nachdem. Isopods, also Asseln, sowas wie Keller-Asseln, verhältnismäßig groß. Die leben ja eigentlich normalerweise im Wasser, im Meer. Und da gibt es eben eine Art, die ins Maul von Fischen schwimmt, deren Zunge auffrisst und sich selbst an den Mundboden klammert und quasi deren Zunge ersetzt. Die bewegt sich dann auch ungefähr so, wie man es bräuchte, wenn man eben eine Zunge braucht, wenn man nicht damit redet und so weiter, weil unsere Zunge macht ja viel komplexere Bewegungen als von den meisten anderen Lebewesen, gerade von Fischen. Die ersetzen es dann quasi einfach, helfen denen quasi Nahrung in sich reinzuschaufeln, aber essen auch immer einfach einen Teil mit. Das sind quasi dann Parasiten, die, außer dass sie eben die Zunge von dem Fisch gefressen haben, dem Fisch gar nicht weiter schaden. Ich meine, da kann man jetzt drüber streiten, wie viel Schaden es ist. Wahrscheinlich ist es eine Menge Schaden, aber sonst machen die nichts. Und die Parasiten, Larven, die ja auch extra Parasitenlarven heißen, scheinen bei diesen Silberbästchen genau das gleiche zu machen. Zumindest kann man sie in ihrem Mund schon sehen. Und wenn man sie mit Feuer tötet oder mit einer Eingeweihteattacke, dann kommen diese Larven nicht. Das ist natürlich sehr praktisch, weil wir viel Feuerschaden verursachen. Das heißt, wir werden das Problem eigentlich kaum haben. Wow. Ihr habt vielleicht gerade gesehen, dass er gar kein rotes Blut hat. Auf uns ist er so eine graue Suppe zugeflogen. Auch interessant, vielleicht weil wir in einem Albtraum sind. Auch immer, es ist halt auch immer, wenn man ins Sichtfeld quasi von diesem Balkon da oben geht, dann leuchtet er rot auf. Aber interessant ist eben auch, dass immer nur ein einziger diesen Schaden kriegt. Also entweder wir oder einer von den Gegnern. Das heißt, wenn wir den Gegner in dieses Sichtfeld locken, da hinten ist schon wieder eine Silberbestie, dann kriegt eben der den Schaden. Aber wenn ich mehrere Gegner reinlocke, dann kriegt nur einer davon Schaden. Als würde jemand aktiv sich darauf konzentrieren müssen, dass man diesen Schaden bekommt. Als wäre das nicht irgendwie was, was einfach allen passiert, sondern es würde da oben irgendjemand sein, der dafür sorgt, dass wir diesen Schaden bekommen. Und ich habe ja gerade schon kurz erwähnt, dass wir diese Blutsperre schon mal gesehen haben. Das war in der Albtraumfront, die ja nicht umsonst hier scheinbar in der Nähe ist, bei den Winterlaternen, also diesen riesigen gehirnartigen Monstern, die man nur ansehen muss, von denen man dann schon wahnsinnig wird, die konnten auch diese Blutsperre manifestieren. Und an die Albtraumfront hier soll man sich natürlich auch sehr erinnert fühlen, wegen der Gegner eben auch. Wir hatten es ja nicht nur, dass wir von der Albtraumfront aus das große Gebäude da hinten sehen konnten, wir haben jetzt eben auch Loran Silberbestien und diese verlorenen Kinder, nennen sie sich diese Riesen, die Steine werfen als Gegner. So, das ist natürlich auch eine garstige Stelle, weil man kennt es ja von diesen Riesen, dass wenn man einen anlockt, andere anfangen. Steine auf einen zu werfen. Bei dem hier geht es noch. Da hinten sieht man schon mehr davon. Es sind jetzt nur noch in Anführungszeichen drei, aber wenn ich da jetzt einfach reinrenne, dann, ähm, das ist jedenfalls keine gute Idee, das sollte man nicht machen. Und deswegen nehme ich mal ein blaues Elixier, ich habe ja ein paar gekauft, wir haben bisher selten welche benutzt, dadurch wird man quasi unsichtbar. Und dadurch kann ich vielleicht, wenn ich es klug anstelle, die Gegner hier bekämpfen, ohne dass die anderen mich bemerken. So, die haben es nicht gesehen, die würden nämlich natürlich sofort Steine auf mich werfen. Praktisch. So, jetzt wird es knappes. Also, wenn sie nur im Nahkampf gehen, dann ist alles gut. Wenn sie Steine werfen, wird es natürlich gefährlicher. Das war schon ganz entspannt. Das Elixier hat sich gelohnt. Oh, die lassen sehr viele Zwillingsblutsteinscherben fallen, das ist ja ganz nett. Da haben wir jetzt ein paar. Ich habe mir natürlich wie auch bei den letzten Malen einfach erlaubt, in der Zwischenzeit genug Echos zu farmen, um eben Gegenstände zu kaufen, die wir nicht hatten, wie eben die Klingen der Gnade und die Kleidung von Aline und habe auch einfach nur der Vollständigkeit halber den Rosmarinos mal auf drei aufgerüstet. Also, ich sage euch das jetzt einfach der Vollständigkeit halber. Nicht, dass irgendjemand dann das sieht und denkt, Moment mal, wann ist das denn passiert? So, wir finden jetzt auch schon richtig viele Blutsteinbrocken. Das lohnt sich natürlich auch sehr, weil ich habe durchaus vor, dass wir irgendwann die Waffen wechseln. Wir haben jetzt den Tonitrus und den Sägesperr, den benutzen wir seit Folge, also den Sägesperr seit Folge 2, den Tonitrus seit, ich glaube, Folge 4. Irgendwann ist auch mal gut mehr. Und wenn ihr mich fragt, dafür gibt es dann doch zu viele Waffen, aber da müssen wir uns dann auch ein bisschen, müssen wir auch ein bisschen drauf hinarbeiten. So. Und was wäre es auch für ein Albtraum, wenn es keine Spinnen gäbe? Diesmal quasi echte Spinnen. So. Was wir vorher aber kurz angucken müssen, ist hier an den Wänden hängen auch Äpfel. Unter anderem in Spinnennetzen. Ja, eigentlich nur in Spinnennetzen. Das habe ich jetzt gerade so gesagt, weil ich dachte, hier gibt es noch eine andere Version. Die gibt es aber erst in späteren Räumen. Haufenweise einfach Augen. Schwer zu sagen, was das zu bedeuten hat. Ich habe das Gefühl, dieser Raum mit den Spinnen soll irgendwas Tieferes aussagen, aber ich habe bisher noch nie irgendwo was gelesen, gehört oder gesehen, was einem einen Hinweis darauf gibt, was das hier soll. So. Die kann man erstmal ignorieren. Also da hängt eine große und ganz viele kleine Spinnen und wenn man drunter läuft, fallen die natürlich runter. Das Wichtigste ist aber erstmal hier, da steht die gute Glocken weit. Die töte ich jetzt einfach, weil dann haben wir das Problem nicht mehr, dass andere Spiele auftauchen könnten. Hier kann man nochmal da unten ein bisschen sehen, wo wir gerade ungefähr waren, obwohl man sieht es von hier aus ganz schlecht. Hier sieht man nur so komische Steine. So. Und da hinten geht es quasi weiter. Wir wollen ja jetzt wahrscheinlich einfach dieses Gebäude nach oben. Also ich meine, wir sind in ein Gebäude reingegangen, wahrscheinlich wollen wir hoch. Ist ja immer so. Ja, Opossum Girl schreibt gerade, Spinnen haben viele Augen. Also es kann natürlich sein, dass das alles irgendwas mit Einsicht zu bedeuten hat. Es geht ja immer viel um Augen. Ich erinnere auch mal an zum Beispiel die Augengärten in Byrgenworth, also diese Fliegenmonster. Oh Gott, sind das viele Viecher. Ich treffe sie nicht mal. Die wurden ja auch scheinbar gezüchtet, um Augen zu züchten. Und wenn man extra irgendwelche Fliegenmenschen zusammenbastelt, um an deren Augen zu kommen, dann ist es natürlich auch naheliegend, dass die Leute einfach direkt riesige Spinnen züchten, um an deren Augen zu kommen. Wobei diese Spinnen gar nicht so viele Augen zu haben scheinen. Ja, habe ich jetzt genau die Blödeste ausgesucht. Ich laufe mal runter und wir schauen mal die große Spinne mit dem Fernrohr an. Der Raum wird jetzt wahrscheinlich auch nicht sehr spektakulär, weil ich bin ja... Oh, dann halt doch. Ich bin ja auch nicht lebensmüde. Ich renne halt einfach weg zur Tür und wir gucken mal, wie weit sie uns folgen können. Die Kleinen schon ein Stück weit. Ja, okay, das geht so. Das sind halt einfach viel zu viele und sich mit denen und der Großen gleichzeitig anzulegen, ist natürlich... Das, ähm... Glaube ich, macht sowieso keiner. Die Türen sind ja hier extra so praktisch gelegt. Ah, hier können wir sie uns aber jetzt mal in Ruhe angucken. Sie hat, wie es aussieht, überhaupt keine richtigen Augen. Oh, sie hat eine hohe Reichweite. Normal haben Spinnen ja auf dem Kopf richtig viele irgendwelche Augen. Bei der hier sehe ich kein einziges. Vielleicht wurden die für ihre Augen gezüchtet und ihre Augen wurden entfernt. Vielleicht sind das die Augen von den Spinnen, die denen abgenommen wurden. Das ist durchaus ja möglich. Ach. So, wir schauen mal, was das hier macht. Ach, Mann. Ich kann jetzt natürlich irgendwie mit der Katz und Maus spielen. Ich probiere einfach mal ein paar von uns anzaubern. Oh, oder die hier aus. Weil wir haben ja gerade schon gesehen, dass die Spinnen mit Feuer ein kleines Problem zu haben scheint. Ja, das ist doch was. Da macht es sich halt auch sehr bezahlt, dass Molotow-Cocktails mit unserem Akranwert skalieren. Für viele bringen die uns ja eh nichts mehr. Es gibt ja kaum Gegner, bei denen die Molotow-Cocktails irgendwie sinnvoll eingesetzt werden können. Also, Metranaran meint gerade für ihn, sahen die zwei größeren Kugeln auf dem Kopf bei der Spinne aus wie zwei Augen. Also, quasi eine Spinne, die einfach viel zu wenig Augen hat, nämlich nur zwei. Da muss ich sagen, für mich sah es jetzt zwar nicht so aus, aber es ist durchaus möglich, dass ich es auch einfach nicht erkannt habe. Jetzt ist sie leider schon tot. Aber, klar, das kann natürlich gut sein. Aber eben, weil Spinnen so viele Augen haben, wäre es vielleicht tatsächlich möglich, dass es die Augen der Spinnen sind. Wobei da das komische ist, dass Spinnenaugen natürlich auch einfach nicht aussehen, wie die Augen von Menschen. Und die hier sehen dann ja doch noch sehr menschlich aus. Aber dann wiederum sahen die eben auch gar nicht aus wie echte Spinnen, sondern eben wie eine, wie ungefähr, wie wenn ich jemandem eine Spinne beschreiben würde und der würde versuchen, aufzumalen, würde vielleicht ungefähr so etwas rauskommen. Möglich wäre es. Also, wir sind ja auch in einem Albtraum. Vielleicht sind die quasi eine Albtraum-Version von Spinnen. Wäre auch möglich. So, Körperdurchsuchen. Hier liegt irgendein Kirchenmitglied in irgendeiner Nische. Schamanen-Knochenklinge. Bei dem Gegenstand weiß ich nicht so ganz. Wir lesen die uns einfach mal durch, weil wir haben noch nie welche gefunden. Mit grausiger Rückenmarksflüssigkeit bedeckte Knochenklinge wird von Wächtern des alten Labyrinths verwendet, besonders von denen, die Rituall leiten. Wird ein Opfer von der Klinge geschnitten, betäubt die grüne Rückenmarksflüssigkeit und stört die grobmotorischen Fähigkeiten des Ziels. Die Klinge war nie für den Kampf gedacht und muss tief schneiden, um effektiv zu sein. Zerbricht leicht. Das ist eine sehr ausrufende Beschreibung für schwer zu sagen, was die jetzt damit wollen. Ich kann ehrlich gesagt nicht ganz erfassen, warum die hier liegen, außer spieltechnische Gründe, weil diese Klinge bedeutet quasi, wenn ich damit den Gegner schlage, das dauert ein klein bisschen, der Charakter muss da kurz ausholen. Wenn ich damit den Gegner treffe, wird er zum Feind aller anderen Gegner im Umkreis. Das heißt, vielleicht ist es so gedacht, man sieht diesen Gegenstand, kommt gegen die Spinnen nicht an, keine Ahnung, weil man nicht weiß, dass man durch Türen laufen kann. nimmt diesen Gegenstand und sieht, aha, das ist genauso funktioniert es. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Beschreibung lesen soll und dann verstehen soll, was passiert. Weil ich finde, das wird überhaupt nicht deutlich aus dem Text. Und dann wendet man es auf die große Spinne an und dann kämpft die gegen die ganzen kleinen Spinnen oder sowas. Schätze ich mal. Das ist der einzige Ort, wo man die im Spiel einfach so findet. Man kann sie auch finden von Gegnern, nämlich von den Gehirnsaugern. Und man kann sie von den Bartboten kaufen, die für Einsichtssachen verkaufen, wenn man einen bestimmten Gegner in den Kelchverliesen besiegt hat. Es ist ein sehr witziger, sehr spaßiger Gegenstand. Die ganze Hintergründe und sowas, die Geschichte dazu, was der Sinn davon jetzt wirklich ist, wer genau benutzt es, wofür, da kann ich leider auch gar nichts zu sagen. Also es ist schon wieder so eine Sache, ich weiß einfach nichts drüber, weil es irgendwie keine weiteren Quellen gibt, außer der Beschreibung selbst. Vielleicht, also ich glaube, das sind die Klingen, die die Glockenmeiden benutzen, weil die haben ja auch immer einen Dolch. Es könnte sein, dass die das benutzen, weil die voll flühen Rituale. Aber da hört es bei mir auch schon wieder auf. Ich meine, die Glockenmeiden standen direkt einen Raum weiter. Wäre witziger gewesen, wenn diese Klinge bei ihr gelegen hätte. Aber, naja. Ähm, da steht ein Jäger. Und man kann den Baby schreien hören. Da steht ein Jäger, da gehe ich jetzt mal nicht zu nah ran. Der trägt, äh, die Kleidung der Mensis-Schüler. Ich glaube, er trägt Ludwigs heilige Klinge und einen Rosmarinos. Jetzt kommt er auch schon. Der ist natürlich auch kein Pappenstiel. Da sieht man den Rosmarinos im Effekt. Der hat sonst einfach nur eine Brille auf und der trägt eben einfach diese relativ normale Studentenkleidung. Oh, das war schön. Und er beherrscht den auch nur von der Breitas. Okay. Und der ist wirklich knackig, aber so sind die Jäger ja immer. So, das war's. Metraner fragt eine Idee, warum er angreift. Ja, und ich kann gleich ein bisschen mehr sogar noch zu dem erzählen. Beruhigungsmittel, schön. Ähm, weil dieser Jäger hat einen Namen. Den kennt man natürlich dann auch nur aus dem Future Press Guide. Es gibt nicht viel zu dem zu wissen, aber sein Name zumindest im Englischen, den deutschen genauen Namen weiß ich leider nicht, aber im Englischen ist er Edgar Choir Intelligence. Also sowas wie Chor Spion. Weil Intelligence bezeichnet ja immer so dieses ganze Spionagezeug und so weiter. Ähm, der trägt zwar die Kleidung der Mensischüler, aber er ist offensichtlich vom Chor, ein Spion. Ein Spion, der die Mensischule auszuspionieren scheint, auf Auftrag des Chors hin. Es ist kein Zufall, dass er den Rosmarinos und Ludwigs Klinge benutzt, ähm, weil das die Waffen der Kirche sind. Ludwigs heilige Klinge, Entschuldigung. Ähm, warum sollte jemand, der zur Mensischule gehört, diese Waffen benutzen? Er beherrscht den Agur von Ebreitas, der ja mehr oder weniger zum Standardarsenal des Chors gehört. Ähm, ob er zum Standardarsenal von Mensis gehört, weiß ich nicht, aber Mensis hat mit Ebreitas ja nicht viel zu tun. Aber vielleicht kriegen wir noch mehr Einsicht drüber, wenn wir mehr über Mensis erfahren. Ähm, also er scheint eben einfach vom Chor hier zu sein, um Mensis auszuspionieren. Uns greift er an, weil wir eben einfach ein fremder Jäger sind, der hier reingelaufen kommt. Die meisten Leute greifen uns an, weil wir uns irgendwo aufhalten, wo wir nicht sein sollten. Und natürlich, wenn wir hier einfach in das Gebäude von Mensis reinrennen und er gibt sich als ein Schüler von Mensis aus, dann ist es natürlich auch seine Pflicht, uns zu attackieren. Ähm, Edgar ist als Name recht witzig gewählt. Das ist zwar die Bedeutung von dem Namen, heißt eigentlich nur, ähm, Krieger und Speer. Gar steht für Speer, das haben wir schon mal drüber geredet. in das Gär, in German steht auch für Speer, das ist natürlich gleich der Abwandlung in verschiedenen Sprachen. Speer-Krieger, oder, nee, es heißt nicht Krieger mit Speer, sondern es heißt eher Mensch, der mit Speer seinen Besitz verteidigt. Sowas in die Richtung kann man es am nächsten übersetzen. Das ist, da weiß man jetzt nicht viel, also vielleicht verteidigt er dieses Haus. Was viel interessanter ist, ähm, wenn man sich anguckt, was für Personen es gab, die auch Edgar hießen, ähm, weil tatsächlich, es gab eine berühmte Person in Amerika, der hieß Edgar Hoover, wenn ich mich nicht irre, aber das kann ich jetzt auch falsch liegen, ähm, und der war der erste Chef vom FBI, vom Federal Bureau of Intelligence, oder Investigation, ich bin mir gerade nicht sicher, jedenfalls sind die diese Spionagetypen, jeder kennt das FBI, ähm, ist witzig, dass der eben auch genau Edgar heißt, wenn er eben ein Intelligence, was auch immer ist, ich weiß gar nicht, wie man Intelligence genau übersetzen will, ein Spion, ein Agent. So, hier steht eine Truhe, die holen wir uns mal, bevor wir da runter gehen, und uns dieses Fußplatschen da unten mal genauer anschauen. Gelbe Wirbelsäule. Opossum Girl sagt, wird es nicht mal Zeit zu leveln, naja, ein Level wäre drin, aber wir gucken erst mal weiter, ich renne ja jetzt nicht den ganzen Weg zurück. Ähm, gelbe Wirbelsäule haben wir schon mal gefunden, nämlich vom, äh, vom Wiedergeborenen. Da gab es große Hinweise, was genau soll das. Hier liegt gelbe Wirbelsäule wahrscheinlich größter als auch nur, um zu wissen, aha, Menses hat tatsächlich Rituale mit den gelben Wirbelsäulen abgehalten. Die scheinbar da sind, um irgendwas anzulocken. Die scheinen eine Art Köder zu sein. Was genau damit angelockt werden sollte, das wissen wir bisher noch nicht. So, hier unten trabsten so komische Typen rum. Hier sind auch noch mehr Augen, diesmal in anderer Form. Ich kann die Typen getrost ignorieren, deswegen mache ich das jetzt auch kurz. Hier sind Augen mit Beinen, aus denen eine Art Pflanze rauswächst. Mit Spinnenbeinen. Vielleicht wachsen aus diesen Augen diese Spinnen. Vielleicht werden aus, vielleicht sind diese Augen keine echten Augen oder sind Augen, aber gleichzeitig auch Kokons, aus denen langsam Spinnen herauswachsen. Diese hier scheinen tot zu sein, denn jeder ist entweder, entweder ist es eine Pflanze oder eine Art Spieße. Ich glaube, es ist eine Pflanze. Das ist echt ganz komisch einfach irgendwie. So. So, diese Typen hier, ich mache mal eine Laterne an. Die tun nichts. Die wollen nur spielen. Die haben auch so eine eiserne Maske auf, sehr wie eben tatsächlich der Mann mit der eisernen Maske und tragen eine kleine Rüstung. Die Maske sieht aber ganz anders aus, als die Maske von zum Beispiel Annalise. Die Maske von denen hat ein Gesicht. Heißen tun die Mergos Diener. Mit dem Begriff Mergo können wir bisher nichts anfangen, aber da sollte man sich vielleicht merken. Entschuldigung. Die tun nichts. Die greifen einen an, wenn man sie zu sehr irgendwie belästigt. Irgendwann werden sie ein bisschen aggro, aber das dauert eine Weile. Manche sind ein bisschen aggressiver als andere. Und die greifen einen an, wenn man bestimmte Gebiete einfach betritt. Also es gibt schon Bereiche, in denen die nicht wollen, dass man hingeht. Aber bevor ich jetzt irgendwie mit denen weitermache, gehe ich mal hier hin. Weil hier haben wir einen Fahrstuhl. Mit einem lustigen grünen Auge als Knopf. Der Fahrstuhl fährt leider schneller als die Kamera. Also man sieht es richtig, dieser Knopf, auf dem man da in der Mitte tritt, damit der Fahrstuhl losfährt, sieht aus wie ein Auge. Und der Hebel, an dem man ziehen kann, hat auch ein Auge. Interessant, nicht wahr? Und jetzt sind wir wieder hier draußen. Da drüben über die Brücke sind wir vorhin gekommen. Da war auf der einen Seite eine Silberwestie, da drüben. Aber, also da haben wir die ganze Zeit von dem Fenster irgendwo, hier oben müsste es sein, das können wir von hier aus gar nicht sehen, da haben wir diesen Wahnsinn abgekriegt. Und hier ist mal noch eine Lampe. Ist doch schön. Jetzt haben wir quasi einen direkten Weg in dieses Gebäude rein. Und jetzt gehe ich kurz in den Traum und level ein bisschen. Man weiß ja nie, was passiert. Kann natürlich sein, dass jetzt gefährlichere Sachen kommen. Wir sind ja auch, merkt man ja, mittlerweile schon sehr, sehr weit im Spiel. Also eigentlich, eigentlich ist dieses Gebiet, in dem wir uns jetzt befinden, da gibt es jetzt schon noch ein bisschen, was zu sehen. Das ist noch ein Stück weit, das ist aber nicht so riesig. Und es ist eigentlich das letzte Gebiet, das man machen muss. Das ist für die Story das letzte Gebiet, das letzte Level. Wir werden das ungefähr zur Hälfte machen und dann gehen wir in den optionalen Content. Und der optionale Content, der noch komplett offen ist, ist der komplette Download Content. Das ist eine Menge und das ist richtig gut. Aber jetzt machen wir es mal da weiter. Was ich jetzt natürlich mal machen kann, ist die Runen wechseln. Weil jetzt werden wir erstmal, naja doch noch nicht. Da habe ich mich kurz geirrt, ich habe was kleines vergessen. So, die Lampe, bei der wir gerade waren, vorher waren wir ja an der Lampe Mensis Albtraum, jetzt sind wir bei Mergos Speicher Basis. Ich habe gerade schon gesagt, dass diese Typen da drinnen, die mit den Masken, dass die sich Mergos Diener nennen. Und dieses Gebäude nennt sich Mergos Speicher. im Englischen nennt sich das Mergos Loft und das hat für mich eine bisschen andere Konnotation. Ich habe aber nie nachgeschaut, was Loft jetzt wirklich konkret heißt. Ich dachte immer, es würde sowas wie Wohnung oder sowas heißen. Speicher ist ja eher was ganz anderes. Damit ist ja eher so ein Dachboden gemeint normalerweise. So, und tschüss. weiß ich nicht genau, ob man das hier als einen Dachboden einfach bezeichnen kann. Also Speicher ist ein sehr komisches, vor allem sehr, sehr deutsches Wort. Also klar, es ist eine deutsche Übersetzung von dem Spiel, aber selbst da muss man ja nicht unbedingt die urdeutschesten Wörter, die man finden kann, nehmen. Also es ist, naja, weil wieder bin ich kein Fan der Übersetzung. Aber ich meckere ja auch gerne. Ah. Man sieht da hinten, dass der einen Schaden kriegt von dem was auch immer diesen Wahnsinn auslöst. Das ist natürlich praktisch. Und zwar richtig viel, wie man sieht. Der wird einfach davon getötet und jetzt steht er da drin rum und das war's. Man muss ihn halt erstmal dahin locken, dass er in dem Gebiet steht. Weil die natürlich auch sich wohin stellen, wo sie nicht davon erfasst werden können. So, hier liegt eine Rune namens Auge. Hier liegt ein Toter, auch von diesen Speeren durchbohrt. Wenn ich da jetzt zurücklaufe, komme ich wieder an den Anfang des Levels. Man kann quasi von Anfang an zu dieser Lampe laufen, an der wir gerade sind. Es nützt einem nur nichts, weil man diesen Fahrstuhl noch nicht hat. So. Und jetzt gehe ich gerade noch mal in den Traum zurück. Zum einen, weil wir gerade noch ein Level bekommen können und zum anderen, weil ich jetzt die Rune endlich wechsel, weil ich halte nicht viel davon, Resistenzruhen zu tragen, wenn wir gar keine Resistenzen brauchen. Das ist ein verschwendeter Platz, da kann man noch was Nützliches rein tun. So, zum einen brauchen wir ein paar Echos, aber nicht viele. Das dürfte reichen. Okay, das reicht genau nicht. Dann noch mal. So. Wow. Noch fünf Punkte Akan, dann sind wir zumindest für unsere Waffen auf dem nahezu effizientesten Wert. Nur so zur Information. So, ich hole mal eben Kommunion. So. Ich habe das ja schon mal erwähnt, dass die Charakterwerte eigentlich bis 50 noch sehr gut skalieren und von 50 bis 99 eigentlich nicht mehr. Das heißt, mit 50 Stärke macht eine Waffe, die mit Stärke skaliert, 85% ihres potenziellen Schadens. Und mit 99 Stärke macht sie halt dann 100% oder, ja, 100% ihres potenziellen Schads. Da gewinnt man nur 15% mehr Schaden für 50 Level. Das lohnt sich natürlich überhaupt nicht. Während man in den ersten 50 Leveln halt irgendwie 80% Schaden gewinnt. Das gilt für alle von den Schadenswerten und die entsprechenden Waffen. Wo es nicht gilt, ist für den Akan Wert und die Jägerwerkzeuge, die skalieren nämlich tatsächlich bis 99 immer noch sehr effizient. Deswegen ist es ganz witzig, dass man quasi als Arkanerjäger einfach getrost den Akan Wert auf 99 hochpumpen kann. Ob man das jetzt machen sollte, weil man kann ja auch andere Werte stattdessen nehmen, es steht natürlich wieder auf einem anderen Blatt. So, ich töte hier mal so einen. Möglichst viele aushalten tun sie jetzt nicht unbedingt. Aber es geht. Die haben vor allen Dingen Also vier Schläge sind schon ordentlich für den Standardgegner. Ich probiere mal den hier aus. Ja, schon eher. Das sind nämlich ausnahmsweise auch mal wieder Gegner, die Rüstung tragen und als Faustregel gilt ja auch, stumpfe Waffen sind gut gegen Rüstung und Stichwaffen sind gut gegen Haut. Sägewaffen sind gut gegen Bestien und heilige Waffen gut gegen Geister. So, ähm Ja, wir sind jetzt hier in einem riesigen Raum angekommen, an dem unglaublich viele Käfige von der Decke hängen. Da unten steht so ein Dicke. Da ist ein riesiges Loch im Boden, das sind gewaltige Säulen. Es ist schwer zu erfassen, was das hier eigentlich für ein Raum sein soll. Hier liegen mal wieder Milliarden von Büchern einfach rum. Also es könnte eine Art gewaltige Bibliothek sein. Diese Käfige könnten zum Beispiel Fahrstühle sein, um höhere Regale zu erreichen. Sie könnten auch echte Käfige sein, um irgendwelche Leute reinzusetzen, die dann, dass man, während man was im Buch liest, das Gejammer von irgendwelchen Sklaven hören kann. ist ja auch sehr angenehm. Aber scheinbar ist hier irgendwas nicht in Ordnung, weil da ist wie gesagt ein riesiges Loch in der Mitte, das einfach in die Leere führt. Aber wir erinnern uns, wir sind nicht in der Wachwelt, wir sind in einem Albtraum. Und da ist natürlich ein Loch, das ins Nichts führt, nichts Besonderes. Das kann ja sein. Das kann es ja geben. Die Typen tun eigentlich nichts, aber ich tue sie schon mal trotzdem, weil sie sich halt ab einem gewissen Punkt dann doch gegen mich wenden. Was wir hier haben, interessanterweise, ist mal wieder ein Spiegel, ein kaputter Spiegel. Der spiegel natürlich nicht wirklich, weil Spiegel in Videospielen ja immer sehr schwer zu machen sind. Naja, man sieht ein bisschen das Licht, aber es könnte natürlich auch sein, dass man das Licht sieht man genauso an der Wand. Aber er ist schön gesplittert. Wir hatten ja in Yaha Ghul auch sehr viele Spiegel zum Beispiel. Vorne liegt noch ein Gegenstand. Blaues Elixier. Wir finden gerade irgendwie, habe ich das Gefühl, sehr mehr oder weniger zufällig verteilte Gegenstände. Bestienbluttabletten, blaues Elixier. Da ist schwer zu sagen, ob es da wirklich irgendwie einen tieferen Sinn gibt. Ich behaupte einfach mal, dass irgendwelche Experimente hier vielleicht abgehalten wurden, bei denen diese Sachen hergestellt wurden. Wäre ja möglich. Vielleicht liegen die aber auch einfach so hier, weil irgendwelche Jäger gestorben sind. Schwer zu sagen. Edgar hatte ja zum Beispiel auch Beruhigungsmittel dabei. Vielleicht, weil er halt nicht wahnsinnig werden will. Klar, weil man sieht hier ja scheinbar schrecklichen Dinge. Es macht ja Sinn, dass jemand, der bei Verstand ist, der aber versucht hier irgendwie sich als sonst wer auszugeben, dass der natürlich Beruhigungsmittel braucht. Man beachtet, dass der hier Gift verursacht, wenn er mich schlägt. Vor allem, wenn er mich mit der Peitsche schlägt. Das versuche ich gerade noch mal zu provozieren. Schlag vor der Peitsche. Ja. So. Das ist ein riesiger Typ mit Rüstung. Der ist halt aggressiv, deswegen muss ich jetzt gegen ihn kämpfen. Die heißen quasi Mergos Chefdiener oder sowas. Also Obersterdiener oder sowas. Ja, ich glaube Obersterdiener ist die Übersetzung. Die sind einfach nur größer, tragen ein paar Waffen. Ich würde ihn jetzt gerne umdrehen, damit man sein Gesicht sieht, aber irgendwie will er nicht. Wie diese Modelle halt immer so sind. Naja, dann ist das halt jetzt so. Wir werden gleich noch mehr davon sehen. Ich schaue mich hier mal noch ein bisschen weiter um in der Zeit. Und bei dem ist halt auch ein wenig der Witz, wenn man sich mit dem anlegt, also sobald man die Treppe runterkommt, kommt der auf einen zugelaufen und will einen töten. Und ab dem Moment kommen, glaube ich, drei von den Dienern oben runter und fallen einem in den Rücken. Und ich habe halt jetzt vorher die Diener getötet. Also es sind drei bestimmte. Wenn man die tötet, dann kommen die natürlich nicht. Aber man weiß ja nicht, welche von den drei das sind. Welche drei von denen das sind. So, hier in einem Käfig sind ganz viele Bücher. Also vielleicht wurde es tatsächlich zum Transport von Büchern benutzt. Vielleicht ist es eine Art Bibliothek, weil hier so viele Säulen sind, aber kein Platz für Regale, dass die einfach in irgendwelche Käfige gepackt werden und hochgefahren werden. Und dann sagt man zum Bibliothekar, gib mir mal den Käfig B und dann fährt der Käfig B runter und alle Bücher, die mit B anfangen, sind drin oder irgendwie sowas. Macht ja Sinn. Irgendwie muss man die ja lagern. Und wenn sie in dem Käfig an der Decke hängen, dann kommen wenigstens keine Viecher rein, weil hier unten, sieht man, sind schon überall diese Spinnen gewesen, falls diese Augen tatsächlich Kokons von den Spinnen sind. Ja, mit Renneran sagt gerade, vielleicht musste man die Bücher schützen. Ja, genau das denke ich auch. Okay, damit macht man leider nicht viel Schaden an dem. Da sieht man schon wieder so einen dicken und überall diese Abgründe. Man sieht wirklich nichts da unten. Ich will jetzt natürlich keine Gegner anlocken in der Zeit. Jetzt kommt er endlich. Okay, das ist ja ganz nett. Man muss es sich ja auch nicht schwer machen. Die lassen schmutzige Dunstblut-Edelsteine fallen. Das ist natürlich auch interessant. Schmutzige Dunstblut-Edelsteine machen nämlich schnelles Gift. Das ist natürlich, ähm, ja, allein deswegen interessant, weil die eben, äh, Gift verursachen, wenn sie einen angreifen. Oh, und ein feuert uns. Gut, Edelsteine haben wir gefunden. Das ist ja auch nicht verkehrt. Bringt uns sogar was. Nächstes Mal, wenn ich im Traum bin. Ähm, also die verursachen Gift, wenn sie einschlagen und sie lassen diese Steine fallen, mit denen man Gift selbst auch verursacht. Macht Sinn. So, ich gucke mal, ob ich das hier machen kann. Nein. Hier sind die Gegner dahinter. Aber so funktioniert leider nichts in dem Spiel. Der hat einen anderen Hut auf, sieht man. So ein, sieht ein bisschen aus wie ein Harlequin, und jetzt regt eine Armbrust in der Hand. Witzig, man kann quasi durch den Spiegel schlagen, aber schießen kann er nicht durch. Und da steht hinten, stehen noch zwei. Das heißt, ich renne hier quasi rum. Und versuch, weil es sind quasi welche von denen, die sehen eben anders aus und tragen, wie gesagt, eine Armbrust. Und die Armbrust verursacht natürlich auch Gift, wenn sie einen trifft. Macht ja Sinn, Gift. Pfeile sind ja kein, kein unbedingt fremdes Konzept. Ich lasse mich mal von einem treffen. Mal beachte. Das Giftmeter. Okay, jetzt reicht's aber. So. Ich lasse mich hier irgendwie töten von dem. Was auch immer das soll. Liegen überall diese Bücher rum und eben auch noch mehr von den Spiegeln. Das ist halt sehr interessant. Über Spiegel, den ganzen Paragrafen darüber, was Spiegel als Ritual, bei Ritualen zu bedeuten haben, packe ich nicht nochmal aus. Aber sie sind auch wichtig für Rituale. Bleielixier. Das ist noch so ein komplett anderer Gegenstand. Klar, Bleielixier stammt, wissen wir aus Albträumen, steht in der Beschreibung. Aber es ist genau wie vorher. Man findet blaues Elixier, Beruhigungsmittel, Bleielixier, Bestienbluttabletten. Einfach alles, was man mal gebrauchen kann. Das finde ich sehr schwer, da ein Muster drin zu sehen. Ich habe sehr das Gefühl, es liegt hier halt, weil man kann es vielleicht alles gebrauchen, weil es ist das letzte Level und so. So, jetzt mal wieder so ein Fahrstuhl. Und jetzt sind wir hier einfach in einem kleinen oberen Stockwerk. Da unten sieht man immer noch das ganze Gebiet, wo wir gerade waren. Und hier geht es wieder raus. Aber eben auf einem Balkon mit Bäumen. Und da sitzt so ein Vieh oben. Es ist eine Rabe mit einem Hundekopf. Weil was gibt es Schlimmeres im Spiel als Raben und Hunde? Es sind Rabenhunde. Warum auch nicht? Und wo es Raben mit Hundekopf gibt, da gibt es natürlich auch Hunde mit Rabenkopf. Hier liegt zum Beispiel einer. Es sind beides die nervigsten Gegner im Spiel und jetzt werden sie kombiniert. Also es ist natürlich, jeder Spieler freut sich des Lebens, wenn er das erste Mal hierher kommt. Aber zum Glück halten die immer noch nicht viel Feuer aus, weil es sind ja immer noch Tiere. Und Tiere und Feuer ist in dem Spiel ja immer so eine Sache. Unser Flammsprüger ist aber auch echt schwach mittlerweile. Also unser Flammsprüger ist auf plus sechs. Das ist natürlich nicht der Rede wert im Vergleich zu allen anderen Waffen, die wir haben. So, da ist ein Käfig, da sitzt einer einfach drin. Wow. Ich werde gleich noch mal versuchen, da reinzukommen. Ein bisschen Angst habe ich, dass ich über diese Mauer springe. Man weiß halt auch nie so genau, was man tut. So nehme ich. So viel dazu. Ich hätte natürlich jetzt auch gleich erst mal die eigentlich gleich kommende Abkürzung freischalten können, aber ich bin nicht sehr schlau. Deswegen habe ich das nicht getan. Aber ich werde jetzt durch dieses Gebiet größtenteils einfach durchlaufen. Überlege ich gerade. Wobei, wir haben eigentlich nicht viel zu tun gehabt. Ich werde ein paar Gegner töten müssen, sonst sind die mir im Weg und ich sterbe. So ist manchmal das Leben. Ja, das, ja, Medrainer Ransack waren ja nur 18.000 Echos mit einem gewissen sarkastischen Unterton. Aber ganz im Ernst, es waren nur 18.000 Echos. Wir brauchen mittlerweile zum Level in 30.000. Und eine Menge an Echos, die nicht mal ein Level ist, ist nie der Rede wert. Natürlich steigt dieser Wert halt sehr weit an, je weiter man im Spiel kommt. Und genau so soll es ja auch sein. Echos dürfen einem im Spiel einfach nicht so wichtig sein. Wenn man sich ärgert, weil man ein paar Echos verloren hat, dann hat man einfach keine große Freude. Und wenn man es so sieht, werden es ja jetzt nur noch mehr, weil ich jetzt noch mehr Gegner töte. Da, da wird der Akkazie. So, dann probieren wir uns mal darin wieder. Die sind nur sehr groß, die sind aber eigentlich gar nicht so schlimm. So, zu dem Fahrstuhl versuche ich jetzt zu rennen. Jetzt haben wir halt das Problem, dass da die Typen mit den Armbrüsten stehen und der Fahrstuhl jetzt eben oben ist. Ah, das Gelände scheint aber zu reichen. So, und da sind wir schon wieder. Jetzt muss ich mich ja nicht mehr mit allen davon rumschlagen. Au, 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 au. Oh, der hat sie. Und will mich jetzt auch töten, oder was? So. So. Da haben wir uns ein paar Echos wieder. Jetzt ist ja wieder alles gut. Hat sich ja gelohnt. Jetzt haben wir gerade fast schon wieder ein Level zusammen. Da könnte ich ja jetzt fast behaupten, ich bin, äh, absichtlich gestorben. Bevor ich aber irgendwas mache, gehe ich erst mal hier hin. Man sieht's schon. Jetzt haben wir hier einen Fahrstuhl, der uns eben wieder direkt zu unserer Lampe bringt. Das ist natürlich schön. Aber ich fahre direkt wieder hoch. In diesem Level wird besonders viel mit Fahrstühlen gearbeitet. Also wir haben bis jetzt zwei und wir sind noch, wir sind noch nicht mal auf der Hälfte vom Level. Da kommen noch mehr. Diese Käfige sind, wie man sieht, auch Fahrstühle. Und wir haben schon gesehen, dass sehr viele von diesen Käfigen existieren. Das ist natürlich leicht zu erfassen, dass wir noch sehr viel mit diesen, mit sehr viel mit Fahrstuhlen fahren werden. Die Hunde mit Rabenköpfen und die Raben mit Hundenköpfen verhalten sich quasi einfach respektive wie Hunde oder Raben als Gegner. Sie sind einfach nur eine starke Version davon. Das ist ja auch ganz witzig. So, jetzt probiere ich noch mal mein Glück an dem. So geht das doch. Mäßigungs-Dunst-Blut-Edelstein. Da muss ich gerade noch mal nachgucken. Der hier war es. Das Schöne ist, wenn man einen Arcan-Charakter spielt, dass man eigentlich bei den allermeisten Dunst-Blut-Edelsteinen oder Blut-Edelsteinen sagt, ach, wisst ihr was, physischer Schaden, das ist nichts für mich. Und die meisten von den Edelsteinen haben physischen Schaden. So. Jetzt gehe ich noch mal in den Traum, einfach um noch mal ein Level zu bekommen. Weil davon kann man ja eigentlich nicht genug haben. Ich habe jetzt für diesen Charakter für mich auch kein Limit gesetzt, wie hoch er levelt. Also potenziell hören wir wahrscheinlich auf Level 300 auf, wenn alle Werte auf 50 sind und der Arcan-Wert auf 99. Ich weiß nicht, ob das Level 300 ist, aber potenziell können wir mit dem Charakter machen, was wir wollen. Ist mir egal, wenn er zu hoch ist vom Level, weil wofür soll er zu hoch sein? Aber wir sind natürlich noch lange nicht an dem Punktmodus, wo für uns relevant wird, ob unser Charakter für irgendwas zu hören ist. Ausnahmsweise werde ich jetzt mal anfangen, andere Werte zu leveln. Nicht zuletzt deswegen, weil es sehr, sehr viele Waffen in dem Spiel gibt, die wir überhaupt nicht tragen können, weil wir kein Geschick und keine Stärke haben. Unser Leben ist langsam groß genug, also wir werden schon noch die restlichen 10 Punkte da investieren. Aber es gibt keinen Grund, das jetzt irgendwie direkt noch zu machen. Das müssen wir mal kurz schauen. Genau, hier waren wir. So, mal wieder den Schaden erhöhen. Das ist doch schön. Das mache ich doch am liebsten. In dem Level, also in dem gesamten Mergos Speicher Level, ist es auch sehr viel so, dass man endlich Dunstblut-Edelsteine, äh, Blut-Edelsteine findet, die einfach besser sind als alles, was man vorher gefunden hat. Wenn man nicht die Kechverließe akribisch gemacht hat, und das haben ja die meisten Leute natürlich noch nicht gemacht, wenn sie da sind, weil die meisten Leute nicht in die Kechverließe gehen, bevor sie die Hauptlevel gemacht haben. Ähm, das ist, das ist irgendwie ganz schön, dass man in diesem Level jetzt endlich Edelsteine findet, die sich wirklich lohnen. Da kommen auch für uns noch ein paar interessante. Mal sehen, wie weit wir heute noch kommen. Es ist gut möglich, dass wir heute auch schon den Punkt erreichen, bis zu dem ich dieses Level machen wollte. Ähm, der tatsächliche Grund, warum ich dieses Level nicht zu Ende bringen möchte, ist, dass man dann quasi die Sequenz einleitet, die wirklich auf das Finale hinleitet. Und damit macht man sich ein paar, naja, im Grunde macht man sich nur ein paar Dialogoptionen kaputt. Man kann eigentlich immer noch alles im Spiel sehen und erleben, weil es fehlen einfach nur zwei Dialoge. Aber allein diese Dialoge sind für die Geschichte so wichtig, dass ich sie nicht verpassen möchte. Deswegen machen wir, bevor wir dieses Level komplett abschließen, dann schon alles andere. So, aber jetzt gehen wir mal hier rein. Man konnte schon wieder das Baby-Schrein hören. Hier geht es nach links. Da geht es aber in genau dieselbe Richtung, wie wenn wir hier über die Brücke laufen. Das ist so eine Gitterbrücke, die konnte man von unten tatsächlich sehen, weil da unten ist dieses Bibliotheksgebiet. Hier sind auch noch solche Käfige, in denen sonst immer die Bücher hingen. Hier sind jetzt aber solche grünen Schalter, wie sie bei Fahrschmülen immer sind. Und da unten sind wir gerade langgekommen. Also man konnte diese Brücke ein ganz klein bisschen sehen, aber nicht so richtig erfassen. Und hier nach oben geht es auch noch viel weiter. So. Und hier sind komische Gegner. So komische Marionetten, die relativ viel aushalten, noch viel mehr Schaden machen. Und ein kleiner Funfact. Wir werden gegen noch mehr davon kämpfen. Ich werde es aber nicht jedes Mal explizit erwähnen, aber es kann passieren, dass man es mal sehen kann. Diese Marionetten sind der einzige Gegner im Spiel, bei dem es keinen Wiedergewinnungseffekt gibt. Das heißt, wenn ich Schaden bekomme und diese Marionetten schlage, behalte ich kein Leben zurück. Bei allen anderen Gegnern im Spiel ist das so. Bei denen als einziges nicht. Ich behaupte mal, weil es die einzigen Gegner im Spiel sind, die kein Blut oder eine ähnliche Körperflüssigkeit haben. Alle anderen Gegner haben entweder Blut oder eben dieses komische, fast glasklar aussehende, gräuliche Blut, was eben so diese ganzen Alien-artigen, die Verwandten immer haben. Manche haben braunes Blut, wie diese halben Zombies in der Kanalisation. Selbst diese komischen, skelettartigen Zombies aus den Kelchverließen haben Blut, die scheinen ja komplett aus Blut zu bestehen. Die haben natürlich viel mehr Blut als alle anderen. Aber die hier scheinbar nicht, weil es Marionetten sind. Na ja, das lügen wir mal los. Ah, Koss. Manche sagen, Kossen. Hört ihr unsere Gebete? Nein, wir sollten den Traum nicht ablehnen. Niemand kann uns fangen. Niemand kann uns jetzt aufhalten. Der kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor. Mikolasch, Wirt des Albtraums. Wir haben den schon mal gesehen. Nämlich in Jahagul, ganz am Ende, nach dem Wiedergeborenen, saß eine Leiche auf einem Stuhl und als wir die berührt haben, sind wir ins Unterrichtsgebäude gelangt. Diese Leiche hat dieselben Klamotten getragen wie dieser Mikolasch. Das war offensichtlich dieser Mikolasch. Da ist er. Und jetzt fängt er an, uns wegzurennen. Das ist so ein bisschen so ein Gimmick-Kampf, bei dem man quasi einem verrückt schreienden Typen mit einem Käfig auf dem Kopf hinterherrennt, umringt von Marionetten und irgendwie dazu bringen muss, irgendwo hin zu laufen, wo man gegen ihn kämpfen kann. Das ist zum Beispiel dieser Raum hier. Ich habe ihn jetzt quasi gezielter reingescheucht und jetzt kann er nicht gegen ihn kämpfen. Aber dafür. Man hat natürlich auch Marionetten dabei. Die Marionetten stehen auch immer wieder auf. Das heißt, ich muss mich quasi dann ein bisschen beeilen. Er beherrscht den Augur von den Brietas. Das ist doch was. So. Das war's jetzt erstmal. Er löst sich einfach in Luft auf. Aber ich habe nur 50% seines Lebens drin. Ja. Ästhetisch. Jeder bleibt, jeder, sogar, aber herrlich, nicht so schnell. Der Albtraum wabert und wirbelt unendlich. So, jetzt lebt er quasi noch oder wieder. Also er hat jetzt die zweite Hälfte, die zweite Phase quasi erreicht. Was man vorher nicht gesehen hat, was man natürlich sehen kann, wenn man sich in Rom schaut, ist, diese Tür hier war mit einer Nebelwand verschlossen. Jetzt ist sie offen. Das ist so ein kleiner Hinweis. Hier musst du jetzt lang, weil jetzt ist er weg. Ich finde ihn jetzt da und diesen Gang nicht mehr. Das ist wahrscheinlich so eine deutsche Übersetzungssache, aber er sagt, ihr habt es für den geistlosen Rom getan. Wir wissen ja, in der Version des Spiels ist er quasi im Spiel jetzt einfach Kanon männlich. Was richtig komisch ist, dass das jetzt so gemacht wurde. Wahrscheinlich wussten die Übersetzer nicht so genau, wie sie das übersetzen sollen. Im Englischen sagte, as you once did for the vacuess Rom. Also nicht geschlechterspezifisch. Er hat ja gerade schon, man hat hier so schön viel einfach Zeit. Naja, ein bisschen. Ich kann meine kleine Gegner bekämpfen. Man kann hier quasi jetzt einfach in dieser Zwischenphase einfach rumrennen und so sich ein bisschen umschauen. Und er rambled einfach vor sich hin. Er hat ja auch schon gesagt, Kors, oder manche sagen Korsen. Und jetzt sagt er, wie du es einst für den geistlosen Rom getan hast, gib uns Augen. Interessant. So, wir rennen ein paar von denen rum. Oh, und die verursachen mit ihren komischen Pflegeln. Das sind doch echte Pflegeln, diese Leute. Verursachen richtig viel Gift. Man merkt, also der rambled immer so mehr oder weniger das Gleiche. Der hat so ein paar Sprüche, das ist ganz interessant. Man erfährt ein bisschen was. Wir haben den Namen Kors oder Korsen glaube ich im Spiel überhaupt noch nie gehört. Alles was wir kennen ist der Kosmos. Aber Kors oder Korsen scheint ja ein Eigenname zu sein. Er schreit auch schon so komisch und heult wie ein Wolf. Das ist wahrscheinlich ja auch kein Zufall. So, hier ist einer von den Großen und dahinter steht einer mit einer Armbrust. Das ist natürlich auch gemeingemacht, wie immer. Dadurch, dass ich mir Zeit lasse mit den Gegnern, haben wir auch sehr viel Zeit uns einfach das Gerede von dem anzuhören von Mikolasch. Das macht Spaß, weil das ist dadurch ein Bosskampf, bei dem ich währenddessen sehr viel über ihn erzählen kann. Mikolasch zum Beispiel. Der Name ist auch interessant. Das ist einfach, ich glaube, die tschechische Version von Nikolas oder Nikolaus. Und natürlich, jeder kennt den Nikolaus, aber viel interessanter ist vielleicht, dass der heilige Nikolaus, auf dem das auch basiert, der Schutzherr der Gelehrten auch war. So, hier liegt eine Mondruhne. Können wir eigentlich mal uns angucken. Ist ja gerade nur Bosskampf, da kann man ja mal eine Rune durchlesen. Wir haben quasi diese Mondruhne, haben wir in Jahangul gefunden. Und hier finden wir plötzlich diese Mondruhne. Carol Byrden, was Rune ist. Und er bricht einfach die Rune. Dann lese ich das später vor. Wir versuchen uns einfach daran zu erinnern, dass ich die hier gefunden habe. Wir haben ja auch immer noch diesen Boss zu töten. Sollte ich vielleicht tatsächlich auch mal machen. Und wenn ich jetzt sterbe, wird es natürlich peinlich, aber dann müssen wir, dieses Teil hier unten ist quasi nur optional. Da kann man auch später noch hin. Diese Gegner hier auf der Treppe, die sind auch am Ende des Bosskampfs noch da. Die Marionetten verschwinden dann zum Glück. Ah, die lassen auch Dunstwürde gestanden. Und hier passiert jetzt wieder was ganz ähnliches. Wir sind jetzt quasi im zweiten Teil dieses Kampfes. Hier passiert quasi wieder das Gleiche. Wir rennen ihm jetzt hinterher, versuchen ihn irgendwie dazu zu bringen, was zu machen. Und hier, wenn man siehe und staune, springt er in einen Spiegel und ist weg. Wow. Und die blöden Marionetten machen immer noch viel zu viel Schaden. Er ist hier in diesen Spiegel reingerannt und verschwunden. Ich habe immer und immer wieder über Spiegel geredet und der nutzt Spiegel plötzlich für sowas. Lässt sich damit wegteleportieren. Er ist weg. So, hier hinten ist so eine kleine Nische. Das ist natürlich interessant. Da rennt man natürlich dann auch mal hin. Hier kann man runterspringen. So, hier ist aber niemand. Aber es sieht sehr aus wie der Raum unten, wo ich gegen ihn gekämpft habe. Also es gibt schon Hinweise. Da vorne steht er mal wieder. Okay, da habe ich keine Nische. Hier kann man ihn theoretisch, wenn man eine gescheite Fernkampfwaffe hat, einfach beschießen. Man sehe und staune. Und dann verschwindet er und kommt wieder aus dem Spiegel und läuft wieder hin. Wenn ich halt ein guter Fernkämpfer wäre, könnte ich ihn jetzt da einfach töten. Aber jetzt rennt er gleich weg, oder? Ha, witzig. Okay. Aber so mache ich das jetzt natürlich nicht weiter. Aber wenn man ihn schlägt, verschwindet er und teleportiert sich weg. Und ich kann ihn hier quasi so ein bisschen backen, dass er halt einfach aus Versehen sich immer wieder an die gleiche Stelle teleportiert. Wenn er mir zu schwer wäre, könnte ich damit natürlich was erreichen. Jetzt hat er mich hier kurz in diese Ecke gelenkt. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Jetzt rennt er hoch. Ähm. Das Schwierigste hier ist natürlich, mit diesen ganzen Mayonetten umzugehen, aber die kann man ja ganz gut ignorieren. Wo ist er denn? Da kommt er her. Da ist ein Kaltbluten. Man sieht auch schon, da unten steht wieder ein Spiegel. Hier kann ich natürlich auch wieder einfach auf ihn schießen. Und hier ist jetzt einfach ein Tor zugegangen. Gemein. Da muss jetzt irgendwie in diesen Raum reinkommen, den er gerade abgeschottet hat. Ich bin ja vorhin schon in den anderen Raum von oben reingesprungen. Das war tatsächlich der. Aber die Orientierung dafür, kann man nicht erwarten. Manche sagen, tönt ihr unsere Gebete. Ihr habt jetzt die Pflanz-Augen in unserer Herne und befreit uns von der grausamen Idiotäne. Der große See des Schlamms. Jetzt allen Augen verborgen. Der Kosmos. Natürlich. Setzen wir uns. Diskutieren wir. Lebhaft. Wir plaudern bis zum frühen Morgen. Über neue Ideen. Über die höhere Ideen. Er ist sehr gesprächig, wie man merkt. Und er sagt sehr viele sehr interessante Sachen. Über den See aus Schlamm. Der Kosmos. Natürlich, hat er gesagt. Er erscheint den Zusammenhang Kos, Korsen, Kosmos schon zu kennen. Oder jetzt gerade erst erfasst zu haben. Wie dem auch sei. Ich töte ihn da mal. Ich versuch's. Er versucht mich zu töten mit seiner Frau. So, er kann ihn auch nur. Was er jetzt auch kann. Genau. Das hier. Das heißt, man muss quasi immer dafür sorgen, dass man nicht, dass man nicht so weit weg geht, dass er den, den Buf in die Unendlichkeit oder wie auch immer er genau heißt im Deutschen benutzt. Das war's. Mensis-Käfig. Shhh. So, jetzt dürfen wir hier auch wieder raus. Die Brücke, über die wir anfangs vom Bosskampf gekommen sind, hat sich jetzt nach oben gezogen. Das heißt, jetzt geht es oben weiter. So, wir haben ein immenses Käfig gefunden und hier gibt es jetzt natürlich auch noch ein bisschen was zu entdecken, weil irgendwie habe ich einen Gegenstand einfach nicht gefunden. Ich glaube, er hat versucht, mich da hinzulocken, aber ich habe es nicht kapiert. Ja, ich lese erst mal den immenses Käfig durch. Danach, ich kann ihn auch direkt mal aufsetzen, danach die Rune. Hallo? Menses Käfig. Die Menses Schule kontrolliert das unsichtbare Dorf. Das wissen wir ja bereits. Dieser sechseckige Eisenkäfig weist auf ihre Gebräuche hin. Mit Hilfe dieses Geräts wird der Wille des Selbst beschränkt und man kann das wahre Ich der profanen Welt erkennen. Er dient auch als Antenne, die den Kontakt zu den Großartigen aus dem Traum herstellt. Doch ein Beobachter erkennt, dass es genau dieser Käfig ist, der ihn ihren grausamen Albtraum beschert hat. Wir haben den Käfig in Jahagul oft gesehen. Da saßen sehr viele mumifizierte Leute rum, die eine kleinere Version des Käfigs auf hatten. Diese große Version hatte scheinbar der mumifizierte Mikolasch selber auf. Wir haben ja seine Mumie quasi berührt. Er hatte die Studentenuniform an und diesen schönen Käfig auf. Hammer. So, den ziehe ich dann mal wieder aus. Der hat leider keine Funktion im Spiel. Aber er erklärt sehr viel, warum die Leute in Menses alle diesen Käfig auf hatten, weil sie ja eben es quasi als eine Art Antenne benutzen, um Kontakt zu den Großartigen aus dem Traum herzustellen. Und scheinbar ist das das Problem gewesen, dass sie diese Käfige benutzt haben und haben dadurch diesen grausamen Albtraum, also wurden mit diesem grausamen Albtraum beschert, auch wenn wir jetzt natürlich noch nicht so genau wissen, was das genau heißen soll. Also ich würde jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch einfach davon ausgehen, dass dieses Gebiet hier, der Menses-Albtraum, dieser Albtraum ist, von dem die Rede ist, dass das den beschert wurde. Ähm, aber dass das hier jetzt explizit als der, ähm, der, den grausamen Albtraum bezeichnet wird, ähm, das klingt ein bisschen so, als wäre das auch für die Menses-Schule selbst ein grausamer Albtraum, was sie hier jetzt bekommen haben. Und ich weiß nicht so richtig, sie haben jetzt hier scheinbar dieses riesige Lehrgebäude, wo Mikolasch zumindest, ähm, so viel über irgendwas reden kann, wie er möchte. Er scheint ein sehr redebedarfter Typ zu sein. Ähm, und es weist ja bis jetzt auch alles darauf hin, und ich wüsste nicht, was dagegen sprechen soll, ähm, dass Mikolasch tatsächlich der, äh, der, der oberste Chef der Menses-Schule zu sein scheint. Also, ich wüsste jetzt, also es gibt im Spiel, glaube ich, kein Hinweis, dass es nicht so wäre. Alles deutet eher darauf hin, dass er es ist, weil er hatte diese besondere Position beim Ritual auf diesem Thron, ähm, hat als Einziger diesen großen Käfig und so weiter. Wahrscheinlich ist der Rest der Menses-Schule nicht so damit beschert worden, was hier passiert ist. So, Eisentür-Schlüssel. Vielleicht sind diese, äh, diese, diese Marionetten rechtliche Leichenteile der anderen Menses-Schüler. Vielleicht sind die Menses, äh, die, die Mergos-Diener, diese Typen mit den Eisenmasken, vielleicht sind das alte Menses-Schüler. Aber, ähm, ich wollte ja noch die Mondruhne, die wir gefunden haben, noch mal vorlesen. Also, die haben wir, wie gesagt, in Jahagul im unterirdischen Gefängnis damals auch schon gefunden. Und jetzt eben hier. Eine Umschrift von Mond, wie es von den Großartigen im Albtraum ausgesprochen wird. Mehr Blutechos erlangen. Die Großartigen im Albtraum sind dem Geiste wohlwollend und kommen oft zu Hilfe, wenn sie gerufen werden. Das ist kein Zufall, dass die Mondruhne hier in dem Bosskampf gegen Mikolas gelegen hat. Ähm, die wollten mit dieser, mit diesen Käfig-Antennen bei dem großen Ritual, was sie in Menses abgehalten haben, scheinbar ja Kontakt zu den Großartigen herstellen. Ähm, und die Großartigen sind ja, wie in dieser Rune eben auch beschrieben, ich weiß auch gar nicht, warum ich sowas immer extra wegklicke, ähm, die Großartigen sind ja im Geiste wohlwollend und kommen oft zu Hilfe, wenn sie gerufen werden. Das heißt, ein riesiges Ritual abzuhalten, um so einen, ähm, die Großartigen zu rufen, wenn die im Geiste wohlwollend sind, macht ja irgendwie Sinn. Da versteht man ein bisschen, warum, warum die Menses-Schule und der Chor und so weiter so viel Kontakt zu großartigen Versuchen herzustellen. Das sind keine, irgendwelche Monster, die versuchen uns zu töten, die versuchen kein Leid über die Welt zu bringen. Hat bisher keiner, den wir getroffen haben, hat aktiv versucht, die Welt zu verschlechtern. Ebräthas hat da, ja gut, die hat scheinbar getrauert und scheinbar ist ihr Blut, äh, das heilige Blut. Und wenn wir ehrlich sind, ist verständlich, warum die Kirche dieses Blut mag, weil es heilt jede Krankheit. Das ist, das ist ja genial. Dass es schreckliche Nebenwirkungen hat, ist halt jetzt blöd. Das hätte ja keiner ahnen können. Ähm. Ähm, Amygdala, die wir ja jetzt auch schon getroffen haben, falls die ein großartiger ist oder nicht, die haben ja auch scheinbar nie irgendwas getan, um irgendwas schlechter zu machen. Ich weiß nicht, also wir sind im, äh, in der Albtraumfront, haben sie wie ja in Amygdalas Haus reingerannt und haben die Sachen zertreten und so. Klar ist er da wütend oder ist er da wütend. Und die falschen Götter, die wir in Jahagul und in, äh, Janum getroffen haben, die haben ja auch scheinbar eine sehr rudimentäre Aufgabe einfach erfüllt. Ähm, nämlich Leute von gewissen Häusern fernzuhalten. Ich meine, wir dürfen in dem Spiel nie vergessen, wir verkörpern hier ja nicht den, den Durchschnittsbürger, der, äh, äh, einfach nur versucht so den, den Regeln zu folgen. Wir rennen hier rum und schlachten alles ab. Natürlich schlachten wir größtenteils Biester und Monster ab. Wir schlachten sehr viel ab aus Selbstverteidigung. Die Leute, die wir abschlachten, sind auch nicht die Guten. Aber wir können nicht behaupten, dass wir jetzt so sehr das Gute sind, dass jeder, der versucht uns zu töten, automatisch böse ist. Das ist, glaube ich, nicht der Fall in diesem Spiel. So. Aber jetzt lese ich mal diesen Schlüssel, den wir gefunden haben, nämlich den Eisentürschlüssel. Der Schlüssel zum Eisentor vor der mittleren Brücke. Eisentürschlüssel. Von den drei großen Brücken, die die beiden Kathedralgerüste verbinden, öffnet dieser Schlüssel die Eisentür, die zur mittleren Brücke führt. Es gibt keine Diebe in dem Albtraum. Warum dann eine Tür abschließen? Vorsicht. Denn es muss einen sehr, sehr guten Grund geben. Das mit keine Diebe wage ich jetzt zu bezweifeln, weil wir haben ja schon Edgar getroffen. Der ist zwar kein Dieb, sondern ein Spion, aber wer weiß. Aber ja, es ist ein Albtraum, der für scheinbar speziell die Schule von Mensis erschaffen wurde. Und hier sollten scheinbar keine Leute sein, die nicht zu Mensis gehören. Edgar war ja scheinbar nur hier, weil er sich als jemand von Mensis ausgegeben hat. Das könnte auch der Grund sein, warum wir Ina als einziges noch bei geistig normalen Zustand treffen, außer eben Mikolas, der ja das ganz hohe Tier ist, weil er vielleicht an dem Ritual nicht wirklich aktiv teilgenommen hat. Aber ja, es scheint keine Diebe zu geben. Und ich meine, wenn man Sachen abschließt, dann hat das zwei verschiedene Gründe. Entweder weil du nicht willst, dass jemand zu dir reinkommt, oder weil du nicht willst, dass jemand rauskommt. Könnte natürlich sein. Also es kann natürlich sein, dass irgendwo hier irgendwas eingesperrt ist. Es redet jetzt hier von der mittleren Brücke. Die unterste Brücke ist tatsächlich die, auf der wir gegen Edgar gekämpft haben. Als kleine Orientierung, wo das jetzt hier jeweils ist. So, und ich suche jetzt mal die Lampe. Und jetzt haben wir schon wieder unglaublich viele Echos. Es hört einfach nicht auf heute. Wir können unerlich viel leveln heute. So, diese Eisenbrücke ist es, die vorhin in der Sequenz nach oben gefahren ist. Da unten sind wir quasi reingekommen, über die Brücke gelaufen. Haben das Ganze hier im Bosskampf jetzt quasi durchgemacht. Und jetzt sind wir hier oben. Und hier ist eine Lampe. Und ich gehe da mal kurz in den Traum, bevor wir zurückgehen. Und mal gucken, wo diese Eisentür ist, von der gerade die Rede war. Weil durch die würde ich gerne mal gehen und mal gucken, was da so auf uns wartet. Zu Mikolasch selbst, der ist ja scheinbar der Oberboss von Mensis. Ich weiß nicht, wie der höchste Rang bei denen heißt. Meister, Probst, was auch immer. Und ich finde es sehr auffällig, dass der, obwohl er eben nicht zum Chor gehört, den Augur von Ebreitas und den Ruf ins Jenseits benutzt. Ich muss mal eben nachschauen, ich kann mir nur den englischen Namen. Ja, Ruf ins Jenseits. Was ja Chorwerkzeuge sind. Aber wir haben ja schon darüber geredet, dass der Chor und Mensis scheinbar irgendeinen Konflikt miteinander haben. Aber das muss ja nicht immer so gewesen sein. Die sind ja beides die obersten Riegen der Kirche. Die werden sich ja nicht von Anfang an als Konkurrenz etabliert haben. Die werden ja beide entstanden sein und dann gemerkt haben, dass sie sehr verschiedene Richtungen einschlagen. Und bei Mikolasch ist die gängige Theorie, und das halte ich für sehr vertretbar, dass der auch Schüler im Burgenworth war. Weil er trug ja nicht umsonst auch die Studentenkleidung, die Schüleruniform, die von Burgenworth ist. Warum sollte er das machen? Also er ist ja auch schon ein bisschen älter gewesen. Ein bisschen wirr. Er hat vielleicht den Augur bereits aus Zeiten, in denen Burgenworth noch war. In denen er noch in Burgenworth war. Er weiß ja auch um Rom Bescheid. Er weiß, dass Rom die Augen scheinbar von Kors, wer auch immer das ist, gekriegt hat. Also für mich ist es auch sehr naheliegend, dass der da dabei war, dass er damit zu tun hatte, dass er vielleicht mit den Leuten, die damals Burgenworth verlassen haben, um die Kirche zu gründen, zusammen das gemacht hat. Zusammen aus Burgenworth gegangen ist, um eben diese Kirche zu gründen. Und das würde auch erklären, warum er der Obermacker von der Schule von Menses ist. Weil wenn er eins der Gründungsmitglieder der Kirche ist, ist er natürlich ein unglaublich wichtiger Typ für diese Kirche. So, Opossumgöl fragt, was war das, was der Mikulasch geredet hat? Ja, er hat so ein bisschen... Dankeschön. Er hat so ein bisschen... Es klingt zufälliges Zeug, einfach vor sich hin geredet. Aber es schien ja schon, um was zu gehen. Also er hat ja wirklich... Also es wirkt sehr, als würde er diese Entität Kors oder diese Person Kors anbeten oder anflehen, ihm Augen zu gewähren oder ihnen Augen zu gewähren, wie es eben damals für Rom passiert ist. Vielleicht ist Kors der Großartige, den die Menseschule versucht hat, irgendwie anzurufen, zu dem sie Kontakt aufnehmen wollten. Weil wir wissen ja, eben aus der Mondruhne, die Großartigen im Albtraum sind dem Geiste wohlwollend und kommen oft zu Hilfe, wenn sie gerufen werden. Er scheint, nur weil das Mensesritual scheinbar schiefgegangen ist, nicht aufgegeben zu haben, um sein Ziel zu erreichen, nämlich eben Augen zu bekommen, mehr Augen. Die scheinen ja hier sogar aktiv Spinnen gezüchtet zu haben, um eben an mehr Augen ranzukommen. Das wird ja nicht zufällig so sein, dass da diese ganzen Augen überall in den Wänden hängen. Und so war er jetzt auch in seinem Bosskampfraum alles voll mit diesen Augen an den Wänden. So. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt sehen wir, die Lampe in seinem Bosskampf war Mergus Speicher Mitte. Da gibt es wahrscheinlich auch noch einen Mergus Speicher oben später. Vielleicht auch noch ein weiteres, das sehen wir irgendwann ein andermal. Jetzt gehen wir erst mal diese Eisentür suchen. Die übersieht man nämlich sehr, sehr leicht. Die ist auch gar nicht so wichtig. Man kann trotzdem alles entdecken, ohne diese Eisentür jemals aufgemacht zu haben. Werdet ihr später noch verstehen, was ich damit meine. Aber ich möchte es um des Effektes willen jetzt einfach schon mal machen. So. Die Tatsache, dass der sich mit Spiegeln teleportiert hat, ist natürlich auch ein Augenöffner. Wenn wir daran denken, dass in Jahagul so viele verdeckte Spiegel stehen, dass sie die eben doch nicht scheinbar nur für diese Anrufungsrituale benutzt haben. Oder, also vielleicht haben sie sie damals für Anrufungsrituale benutzt, haben versucht quasi, wie es eben in den Legenden, oh, das leben die hier wieder. Über Hexen und sowas ist, dass die quasi Weissagungen benutzen, also Spiegel zur Weissagung benutzen, dass sie quasi über Spiegel Orte sehen können, die weit entfernt sind. Und wenn diese Großartigen scheinbar im Kosmos, im Abyss irgendwo leben, oder zumindest da welche von denen leben, dann macht es natürlich Sinn zu versuchen, mit Spiegeln da hinzuschauen, wenn das eine reelle Sache ist in diesem Universum. Und hier sind wir in der Albtraum-Version, es wäre also durchaus möglich, dass diese Spiegel-Experimente keinen Erfolg hatten in Jahagul. Dass zum Beispiel Mikolas dann festgestellt hat, das wird nichts, aber er hat es halt ewig versucht und die Leute sind halt stur. Und er war so, das muss aber klappen und hier im Albtraum hat er sich quasi einfach festgelegt, weil es ist ja ein Albtraum, hier kann man ein bisschen machen, was man will, schätze ich einfach mal. Dass hier Spiegel aber tatsächlich Portale und Türen an andere Orte sind. Zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, vielleicht hat das mit den Spiegeln auch funktioniert, also Jahagul, okay, hier sind wir reingekommen damals. Diese beiden Marionetten leben einfach wieder. Jahagul hat ja die Kunst der Teleportation beherrscht. Wir sind ja mit diesen Bädern, haben wir uns ja herumteleportieren lassen, aber mit den Spiegeln nicht, die waren alle verdeckt. Vielleicht ist das ein bisschen was, was Mikolas daraus mitgenommen hat. So, hier war auch eine Nebelwand, das übersieht man natürlich sehr leicht im Bosskampf selbst, weil überall Nebel ist. Sieht ein bisschen kaputt aus, als wäre hier irgendwie ein Regal mal gewesen oder eine Holztür. Und hier ist diese Eisentür. Damit kommen wir auf die mittlere Brücke. Ist dieser riesige Turm irgendwo da unten? Nee, doch nicht. Auf der anderen Seite unten ist quasi das Startgebiet. Oh! Glocken läutet. Eine finstere Glocke. Und hier sind wieder diese Schädel, wie unten unterhalb des Gebäudes überall. Und ihr habt es ja gerade schon gesehen. Da leuchtet es. Das ist quasi, was auch immer den Wahnsinn die ganze Zeit auslöst. Ist da drin, in diesem Turm. Ich ignoriere mal kurz die Gegenstände. Und wir versuchen mal, einfach mal einen Blick drauf zu erheischen. Oh Gott, geht es schnell. So schnell kann ich mich nicht heilen. Aber man sieht es. Es ist eine Art riesiges Gehirn. Mit Augen. Schön, oder? So, ich lasse mich jetzt mal sterben. Das hier löst diesen Wahnsinn aus. Und in dem Moment, wo wir jetzt so nah rangegangen sind, sind wir ja auch unglaublich schnell gestorben. Das ist scheinbar was ausgesperrt oder nicht ausgesperrt werden soll. Weil es war dieses riesige baumelnde Gehirn mit Augen. Das scheint sich nicht groß bewegen zu können. Interessanterweise hat es uns direkt angesehen in dem Moment, wo wir jetzt gestorben sind. Und wahrscheinlich ist die Tür einfach abgesperrt, damit keiner aus Versehen auf diesen Balkon rausgeht. Und halt von dem, was auch immer es ist, gesehen und getötet wird. So, hier kommen wir wieder raus. Das ist die Brücke, auf der wir gerade unten waren. Das ist der Turm, in dem das Ding hängt. Das ist jetzt quasi die dritte Brücke von diesen beiden sogenannten Kathedralen. Schön. So, ich habe die Gegenstände jetzt einfach noch nicht aufgesammelt. Weil natürlich kann man dafür sorgen, dass man irgendwie gescheit da überall ran kommt. Man hört hier schon den Gegner. Wieder mal solche hier. So. Ich nehme mir einfach mal mit, was hier ist. Da ist noch eine Brücke voll mit solchen Schädeln und so. Aber das Gehirn ist ja da unten in dem Gebäude. Also scheint da oben noch irgendwas zu sein, was diese komischen Gesteine auslöst. So. Und hier oben ist jetzt quasi der Teil, bei dem ich sage, ich ignoriere, was da... Jetzt hat schon wieder das Baby geschrieben. Ich ignoriere, was jetzt hier quasi hinter mir liegt. Ich schaue da gar nicht hin. Das hat uns jetzt nicht zu interessieren. Weil jetzt kommt ein ganz anderer Teil. Und was hier oben kommt, wird wichtig in wahrscheinlich der letzten Folge. Ich schätze mal, es dauert noch vier, fünf Folgen. Hier haben wir jetzt einen Fahrstuhl, der fährt ein Stück weit runter. Und wir kommen wieder in ein Gebiet, in dem wir schon mal waren. Nämlich der Eingang zu Nikolasch's Boschraum. Das ist natürlich auch schön, dass man quasi nicht jedes Mal vom Nikolasch-Lampe ausgehen muss. Sondern hier fünf Minuten lang mit dem Fahrstuhl fahren kann. Das ist natürlich super ineffizient, wenn man einfach nur schnell da hoch will, wo wir gerade waren. Dann geht man natürlich zur mittleren Lampe. Aber es ist vielleicht dem einen oder anderen Grad schon was aufgefallen bei dem anderen Fahrstuhl. Aber bevor ich das jetzt mache, bevor ich was auch immer wir jetzt gleich machen werden, muss ich schon wieder in den Traum, weil mir einfällt, dass ich was relativ Essentielles vergessen habe. Und das ist mir aufgefallen, während wir an Wahnsinn gestorben sind, gerade bei dem Gehirn. Ich brauche natürlich wieder die Rune gegen den Wahnsinn, sonst macht das natürlich keinen Sinn. Da wäre ich ja schön blöd, mich mit irgendwas anzulegen, was Wahnsinn auslöst. Mit so wenig Wahnsinnsresistenz, wie wir haben. Man könnte natürlich auch die Kleidung wechseln, weil die Wahnsinnsresistenz von der Core-Kleidung, man sieht es vielleicht im Hut, ist vier. Also klar, bei dem Gewand selbst ist sie natürlich immer höher, aber 16 ist ein unglaublich geringer Wert. Und wir haben ja zum Beispiel das Aschenjägergewand, das hat 60. Witzig finde ich zum Beispiel, dass zur Aschenjägergewand gehörende Kapuze Graue Wolfs. Das Aschenjägergewand hat eigentlich die höchste Wahnsinnsresistenz. Die Graue Wolfskappe hat aber nicht die höchste. Es gibt zwei Helme, die haben mehr. Das ist zum einen die Grabwächtermaske von Doris, der trotz Wahnsinn noch ein treuer Diener war. Und die Schnabelmaske von Aileen. Und das finde ich sehr interessant. Die haben wir letztes Mal ja schon drüber geredet, den Weihrauch in ihrer Schnabelmaske, der dafür sorgt, dass sie diesen Blutrausch nicht so abbekommt, ist zumindest die Theorie. Wie eben bei Pestdoktoren mit ihren Kräutern, habe ich letztes Mal ja schon drüber geredet. Das packe ich jetzt nicht nochmal alles aus. Aber die Theorie ist ja, sie riecht die ganze Zeit diesen Weihrauch und wird dadurch nicht so bluttrunken wie andere Jäger, weil der Weihrauch ja auch gegen Bestien hilft. Und dann macht es natürlich Sinn, weil der Wahnsinn, naja, es macht eigentlich nicht wirklich viel Sinn. Ich habe gerade gedacht, ja klar, macht ja Sinn, hilft auch gegen Wahnsinn. Aber Wahnsinn ist ja fast das Gegenteil. Leute, die viel Einsicht haben und sehr weit entfernt sind vom Bestien da sein, die leiden ja viel näher unter Wahnsinn. Ja. Ganz genau, Burak HDTV sagt gerade, deswegen sind die auch nicht mutiert. Das war, also Aileen ist ja komplett davon entfernt, eine Bestie zu sein. Die ist ja bis zum Ende hin noch bei Verstand, bei klarem Verstand, obwohl sie scheinbar schon sehr alt ist. So, hier bei dem Fahrstuhl geht die Tür einfach nicht ganz zu. Und unterwegs kommen wir natürlich an einer Stelle vorbei, bei der man einfach rausspringen kann. Das ist, was wir jetzt machen werden. Hier in dieses Fest da rein. Da ist nicht schlecht. Und da ist die obere Brücke und man sieht es vielleicht da hinten laufen. Da ist eine Winterlaterne. Darum sind hier auf der oberen Brücke auch überall diese Schäden. Diese Winterlaternen lösen ja auch einfach Wahnsinn mit ihrem Blick aus. Die sind quasi, dieses Gehirn, das wir da oben gerade eben gesehen haben, ist scheinbar wie eine riesige Version der Winterlaternen. Ach, das klopfen Leute. So, wir haben ein Organ gefunden. Wo ist das? Irgendwo hier? Zugefügtes Organ. Besonderes Material für ein Ritual des Heiligen Kelches. Besondere von der Heilenden Kirche gesammelte Körperteile. Was sollte der grausame Köder anlocken? Das kommt mir doch bekannt vor. Das ist derselbe Text wie bei der gelben Wirbelsäule. Durch den zusätzlichen Ritus und so weiter. Das ist gar nicht wichtig. Es gibt scheinbar noch mehr Möglichkeiten, irgendwelche Rituale abzuhalten, bei denen man irgendwas anlocken soll. So. Und ich weise kurz darauf hin. Diese Dinge hier sind scheinbar durch den Wahnsinn irgendwie entstanden. Also die Dinger sehen sehr aus wie ein Jahagul, diese Statuen, diese zusammengeschmolzenen Leichen. Aber ich behaupte mal, diese Statuen sind auf eine andere Weise entstanden. Es sind nicht einfach irgendwelche zusammengeschmolzenen Leichen oder sowas. Das ist schwer zu sagen. Es sieht nicht genauso aus. Es sind diese riesigen Köpfe größtenteils. Mit irgendwelchen Ausflüchsen dran. So. Bura KDTV sagt, das Gehirn sei die Quelle und das hat sie mutiert. Also ich schätze mal, damit meinst du, die Winterlaternen selbst sind quasi Mutationen, die durch dieses Gehirn ausgelöst wurden. Das ist eine legitime Interpretation. Ich schätze mal, das sind einfach nur sehr artverwandte Gegner. Die lassen auch ganz gut verfluchte Edelsteine fallen. Das ist sehr nützlich. Wir haben zum Beispiel ja auch mal festgestellt, dass diese Winterlaternen designt sind wie die Puppen. Also wie die Puppe selber. Die tragen sehr ähnliche Kleidung. Und das Gehirn selbst können wir uns natürlich auch später nochmal in ganz Ruhe anschauen. Natürlich, sag ich jetzt einfach so. Also das können wir später noch machen und mit später meine ich bald. Okay. Ah, das, okay. Du meinst, das waren vorher Priester, diese Winterlaternen. Das ist gar keine schlechte Idee. Also weiß ich jetzt leider aber nichts, was wirklich darauf hinweist. Das ist eine gute Theorie, aber da habe ich jetzt noch nie von gehört. Deswegen weiß ich nicht, auf was ich da jetzt irgendwie achten müsste, was das unterstreichen würde. Kann natürlich gut sein. So. Interessant ist, hier sind Spinnen mit menschlichen Köpfen. Haben wir ja schon gesehen, gerade am Anfang dieser Folge erst, mit Patches. Der ist ja auch eine Spinne mit einem menschlichen Kopf. Das ist wahrscheinlich kein Zufall. Aber die hier sind einfach Feinde. Die versuchen nicht, uns zu belabern. So, ich glaube, die beherrschen auch irgendwelche Zauber. Da würde ich gerne mal sehen, ob sie das auch machen. Die haben auf jeden Fall auffällig eine Kette rum. Mit einem Amulett. Das, ähm... Und die haben diese Frisur. Dadurch sehen sie aus wie Mönche. So eine Kette mit Amulett haben wir das letzte Mal bei Amelia gesehen. Die hatte die die ganze Zeit auch in der Hand, während sie gegen uns gekämpft hat. Na los. Mach was Interessantes. Das muss ich auch einfach töten. Ja. Vielleicht habe ich mich gehört. Ich dachte, die würden irgendwelche Zauber beherrschen. Vielleicht tun sie es nicht. Vielleicht machen sie es sehr selten. Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ist ja auch nicht wichtig. In dem Raum hier sind auch auffällig sehr viele von diesen Augen mit Spinnennetzen. Also diese, habe ich ja jetzt einfach mal behauptet, sind womöglich Kokons. Das kann natürlich mit diesen Spinnen irgendwie jetzt hier zusammenhängen. Wir haben jetzt ja auch schon Hunde gesehen mit Rabenköpfen und Raben mit Hundeköpfen. Da sind Menschen mit Spinnenköpfen auch nicht das Absurdeste auf der Welt. Es fehlen nur noch Spinnen mit Menschenköpfen. Äh, andersrum. So, hier ist ein Loch in der Erde. Da kann man runterspringen, sieht man ja. Das stimmt. Und Possunger sagt, die bewegen sich überhaupt nicht spinnenartig. Das tun sie tatsächlich nicht. Sie bewegen sich wirklich sehr wie Menschen im Spinnenkörper. Die versuchen ihre eigenen Bewegungen aus der menschlichen Zeit quasi noch wiederzugeben. Hier sieht man das Gehirn hängen. Und hier kann man ein Gerät bedienen. Ein Hebel. Das ist eine Anspielung aus Demon's Souls an den Turm von Latria, wo man auch sich hebelt. Sie tun dadurch irgend so ein riesiges Ungetüm, Monster, Vieh. Ja, ähnlich wie hier jetzt dasselbe macht. Aber ich habe Demon's Souls leider nicht gespielt. Deswegen weiß ich nicht mehr genau, wie das ist. Und tschüss. Da hat man schön gesehen, dass dieses Gehirn einfach wirklich mit einer Kette eingewickelt war und mehrere dicke Stahlspieße einfach reingesteckt waren. So richtig fette Pflöcke, durch die es dann eben gehalten wurde. So, jetzt kann ich hier runterspringen. Oh. Hoppla. Und schon hat mich wieder irgend so eine Winterlaterne gesehen. Ah, wir haben ja genug davon. So, da drüben haben wir mal ein normales Spinn. Eih, was soll das denn? Der steht da drüben und lauert, kommt aber nicht rüber. Da sind diese dünnen Balken zu sehen, über die kommt man eben da rüber. Wenn ich jetzt einfach drüber renne, dann hat er mich natürlich gleich. Ich verschwende einfach sämtliches Berührungsmittel, was wir haben. Ich kann es mir ja leisten. Wir haben ja genug davon. So. Haben wir alles von der alten Frau bekommen. So, ein paar Dunstblödensteine. Und hier ist eine Kiste, die ist für uns natürlich interessant, weil die ist gut verteidigt und sehr versteckt, wie man gemerkt hat. Chorglocken. Ein Jägerwerkzeug, was ich dann direkt auch mal ausrüste. Dann können wir es auch mal ausprobieren. Glocken kennen wir ja schon. Haben diese transdimensionale Funktion. Besonderes Jagdwerkzeug des Chors, hochrangigen Mitgliedern der Kirche. Hergestellt nach dem Vorbild einer Glocke, die einen arkanen Klang über die Existenzebenen schickt. Der Klang dieser kleinen Silberversion der Glocke durchzieht keine Ebenen, gewährt aber allen kooperierenden Kraft und Heilung. Das ist schön, es wird quasi nochmal explizit beschrieben, dass Glocken immer eigentlich dafür da sind, um über Ebenen hinweg zu kommunizieren. Ich probiere den einfach mal aus. Der braucht eine beachtliche Menge, aber... Es sieht ein bisschen nach dem Kosmos aus, was da beschworen wird. Wie kleine Sternschnuppen. Und es kostet unglaublich viele Quecksilberkugeln. Aber es ist schön. Ist ganz nett. Der Raum hier unten, falls es jemandem bekannt vorkommt, ist der, in dem diese ganzen Spinnen hingen. Aber wir sind quasi technisch so weit davon entfernt, dass wenn ich jetzt hier runterfalle, ich einfach tot bin. Ich kann nicht bei den Spinnen unten landen. Und deswegen kann man die auch nicht sehen. In dem Spiel sind Gegner, die zu weit weg sind, die quasi in theoretisch anderen Leveln sind, in anderen Gebieten, leider nie sichtbar. Das sieht man ja auch in der Kathedrale. Hatten wir ja letztes Mal, wenn man im oberen Stockwerk der Kathedrale ist, sieht man leider nicht die Lampe und die Gegner im unteren Stockwerk. So. Und jetzt sind wir ja wieder auf dem mittleren Balkon. Aber jetzt haben wir ja das Gehirn abgeseilt. Das ist ja jetzt in diesem Abgrund verschwunden. In diesem... Ja, man kann es einen Abyss nennen. Oh, und hier die großartige Weisheit. Und 100 Millionen verschiedene Skelette. Und ein Arcan-Dunst-Budelstand. Das klingt natürlich interessant für uns. Oh, und unsere Echos. Hier sind wir vorhin gestorben. Hier hings drin. Das heißt, dieser kleine geheime Weg, dass man mit dem Fahrstuhl durch das Fenster irgendwie reinspringt, das müsste irgendwie da hinten sein, ähm, den, den findet ja nicht jeder. Und wenn man den nicht findet, dann ist leider hier rausrennen, ins direkte Sichtfeld dieses Riesengehirns, die einzige Möglichkeit, diese Gegenstände hier zu sammeln. Das ist natürlich echt, echt gemein gemacht. Aber es ist möglich. Man braucht halt nur sehr viele, ähm, sehr viele Resistenzen und Heilungsgegenstände und so weiter. Also es geht. Man muss hier nur da hinten in die Tür wieder reinkommen. So. Aber das Wichtigste, was es hier gibt, ist tatsächlich hier unten. Hier drüber hing das Ding, was auch immer das war. Und hier unten reingefallen ist es jetzt. Und da springe ich jetzt nicht runter. Ich glaube, da stimmt man einfach, wenn man das macht. Das lassen wir mal besser. Aber hier liegt eine Leiche von einem Kirchenjäger mit einem Blutbrocken. Das hatten wir natürlich bisher noch nie. Ein großer, fester Klumpen, der sich im Kaltblut bildet. Nach dem Tod verhärtet sich eine Substanz im Blut. Und den Teil, der nicht kristallisiert, nennt man einen Blutstein. Dies ist nicht nur ein Klumpen, sondern fast ein Felsbrock. Nur wenige Blutsteine dieser Größe wurden je entdeckt, selbst wenn man die Erfahrung aller Jäger zusammennimmt. Das ist quasi der Gegenstand, mit dem bringe ich Waffen, die auf plus 9 hochgelevelt sind, auf plus 10. Also die Maximalstufe. Und ich finde im normalen Spiel einen davon, im Download-Content einen davon, und ich kann potenziell in den Kelch verließen vier davon finden. Da muss ich aber auch sehr weit kommen. Hier kann man einfach wieder rauslaufen, und landet auf der Brücke, auf der wir anfangs gegen Edgar gekämpft haben. Man kann quasi dieses Loch hier schon von Anfang an sehen, aber man merkt natürlich nicht, dass es da ist. Und das ist auch extra so gemacht, dass man hier landet. Weil es gibt hier noch ein paar spannende Sachen zu entdecken, nämlich genau in diesem Gebiet hier auch. Aber erst jetzt, wo wir diese Brücke herumgefahren haben, dieses Gehirn zum Absturz gebracht haben. Und das machen wir jetzt mal. Jetzt kommt nämlich der richtig spannende Teil dieses Levels. So, ich muss mich natürlich trotzdem wie immer um ein paar von den Gegnern kümmern. Ich kann es natürlich nicht lassen. Das war... Da habe ich mich mal selbst beeindruckt. So, man sieht es schon. Da ist jetzt ein neuer Fahrstuhl. Die konnten wir quasi, als die Metallbrücke, als wir die überquert haben das erste Mal, habe ich die ja an der Seite schon extra gezeigt und gesagt, da sind welche mit solchen Knöpfen drin. Und jetzt ist der plötzlich hier unten. Da frage ich mich doch, wo der hinführt. Nach oben oder unten? Natürlich nach unten. In die absolute Schwärze. So, und das ist natürlich ein bisschen gruselig, weil man ist hier einfach nichts. Man sieht jetzt da hinten schon eine Nachricht von einem Spieler, dadurch weiß man, man kann hier einfach raus. So, was ich jetzt mal mache, für den Effekt. Man hört seinen Herzschlag. Das ist das Gehirn. Und jetzt kann man sich es ganz in Ruhe anschauen. Und das ist brennend interessant. Es hat riesige Augen. Was wir brauchen, sind mehr Augen. Augen im Inneren hat ja auch Mikulasch, glaube ich, sogar erwähnt. Aber es ist nicht eine normale Gehirnstruktur, abgesehen von den Augen. Was wir hier haben, sind die Leichen von Booten, von den Bartbooten. Genau wie bei den Winterlaternen. Was wir auch haben, sind diese riesigen roten Sehnen, die ein bisschen wie Adern oder sowas aussehen oder Nervenbahnen. Hier sieht es aus, als wäre es eine Hand geworden. Und zwar eine Hand mit sechs Fingern. Das ist ja auch dieses wiederkehrende Ding, dass die ganzen Verwandten und so weiter eben, also die ganzen himmlischen Botschafter zum Beispiel, die haben alle sechs Finger. Amygdala ja auch. Hier hinten ist so ein Auswuchs. Der sieht aus wie der Nervenstrang, der bei einem Gehirn in die Wirbelsäule führen würde. Und irgendwelche Knospen. Hier ist die zweite Hand, die auch nur an solchen Sehnen hängt. Und da oben sind auch noch Haare dran. Und das mit den Haaren finde ich eigentlich fast den interessantesten Teil, weil mich erinnert das ganze Ding größtenteils nicht an ein Gehirn, sondern an einen Tumor. Denn Tumore können auch Haare entwickeln. Und vor allen Dingen auch Zähne. Das haben wir hier jetzt leider nicht. Aber das sind ja diese einfach nur Gespüre aus verschiedenen Zähnen, aus Stammzähnen, die nicht wussten, was sie werden sollen, und irgendwas anderes geworden sind, als sie hätten werden sollen. Das ist ja das Problem bei Tumoren. Und das finde ich eigentlich schon echt sehr beeindruckend. Die Augen folgen mir, wie man sieht. Zumindest die großen beiden Augen. Also es scheinen zwei Hauptaugen zu haben. Und wir haben es ja letztes Mal gelernt. Und deswegen mache ich es eben jetzt auch. Ich habe letztes Mal mehr als genug darüber gerantet, über die Kontaktieren-Geste, was die bedeutet, wofür der Chor die entwickelt hat, dass man eben diesen Kontakt zu außerirdischen Lebensformen aufnimmt. Und das hier ist eines von den nicht bestgehütetsten, aber eines der besten Geheimnisse in diesem Spiel, dass man zu diesem Wesen tatsächlich damit Kontakt aufnehmen kann. Ich rede jetzt einfach dreist weiter darüber, weil es dauert eine Minute, bis diese Sache sich erledigt hat. Und wir können natürlich auch einfach bedächtig dem Herzschlag lauschen. Was auch eine schöne Szene ist. Aber das ist so ein Moment, das erklärt, warum diese Kontaktieren-Geste so groß präsentiert war im Waisenhaus. Weil jede andere Geste kriegt man einfach von irgendwelchen Leuten. Und die war ja explizit mit einem einzeln dafür vorgesehenen Raum. Wenn die keine Funktion im Spiel gehabt hätte, dann wäre das ein bisschen enttäuschend. Aber hier hat sie eine. Und ich glaube, viele Spieler haben das wirklich von sich aus gefunden. Ich gehöre da nicht dazu. Weil sie einfach versucht haben, diese Kontaktieren-Geste an allem zu nutzen, was sie irgendwo gefunden haben. Und hier funktioniert's. Und was wir finden, nicht umsonst, ist schon wieder die Mondruhne. Die dritte jetzt. Die beste Version davon. Und auch hier, nicht umsonst liegt sie hier, mit extra dem Satz, die Großartigen im Albtraum sind dem Geiste wohlwollend und kommen oft zu Hilfe, wenn sie gerufen werden. Das Ding hier vor uns ist wahrscheinlich ein Großartiger. So großartig sieht's gar nicht aus. Eher wie ein Tumor. Man wird wahnsinnig, wenn man sich's anschaut, wenn's nicht grad hier in der Dunkelheit liegt. Vielleicht ist es einfach durch den Sturz beschädigt und kann nicht mehr so ganz. Vielleicht hat, also es hat ja scheinbar wirklich gezielt diesen Wahnsinn ausgelöst, indem es die Leute angeschaut hat. Ähm. Ich glaube, wir geben dem Ding den Gnadenstoß. Ach, was mach ich denn? Wir haben jetzt nicht mehr so viele Kugeln, aber es wird schon reichen. Reichen nicht, aber es wird schon was auslesen. Man sieht, wie viel Leben das ganze Ding hat. Das heißt, wir werden hier ne Weile beschäftigt sein damit. So, und das war das. Da kann man schön alle Waffen, die man hat, mal ausprobieren. Kann man alles mal machen hier. Was macht denn am meisten Schaden? Okay, das macht gar nichts. Ich hab fast das Gefühl, mit dem Augur machen wir den meisten Schaden auf Dauer. Man sieht, es hat viel Leben. Es hat quasi so viel Leben, als wäre es ein Bosskampf. Wenn wir jetzt aktiv irgendwelchen Attacken ausweichen würden, dann wäre jeder Schaden, den wir daran machen, ein Segen. Aber so ist es irgendwie. Ja, und weiter, und weiter. Und weiter. Wir haben's gleich, wie man sieht. So, ich geh jetzt mal wieder zu seinem, ich nenn's mal sein Gesicht, wie die Augen sind. Wir wollen auch ne Fackel haben. Ich will ja sehen, was passiert. Und weiter. So, es schreit sogar noch. Ich weiß nicht, womit. Und es regnet Blut, wie immer, wenn man sehr große Gegner tötet. Und wir haben lebendiger Strang bekommen. Strang. Im Englischen Living String. Ein besonderes Material für ein Ritual des heiligen Kelches. Das riesige Gehirn, das riesige Gehirn, das Menses aus dem Albtraum holte, war innen tatsächlich mit Augen gesäumt. Aber sie waren böse und das Hirn selbst war schrecklich vermodert. Dennoch war dies ein rechtmäßiger, großartiger. Und hinterließ ein Relikt, ein lebendes Relikt, das besonders wertvoll ist. Dann haben wir es. Es ist tatsächlich ein rechtmäßiger, großartiger. Dieses riesige Hirn, das Menses aus dem Albtraum holte, erinnert mich halt jetzt sehr an diese ganze Sache, dass Menses scheinbar versucht hat, irgendwas anzulocken. Das haben wir ja bei der gelben Wirbelsäule vom Wiedergeborenen gelernt. Also kann es sein, dass die versucht haben, irgendwas anzulocken und dann haben sie aber nur dieses Vieh bekommen, was zwar ein großartiger ist, aber ganz offensichtlich nicht wirklich hilfreich. Also wenn ich mir jetzt von den Großartigen, wie jetzt zum Beispiel, wie Mikolas es gesagt hat, von wem auch immer, von Kors, wer auch immer das ist, wünsche Augen am Inneren meines Gehirns zu bekommen und so weiter, so wie Rom es damals bekommen hat. Und dann taucht plötzlich dieser Großartige auf, der selbst nur im Gehirn voller Augen ist, der auch noch schrecklich vermodert ist, was noch, was nachvollziehbar ist, wenn man sich überlegt, dass es wie ein Tumor aussieht. Das scheint ja nicht zu sein, was sich die Leute von Menses gewünscht haben. Also scheint das unter anderem zu sein, was schiefgegangen ist bei diesem Ritual. Sie wollten einen großartigen rufen, haben einen großartigen bekommen. Es war aber nicht der, den sie gerufen haben, sondern einer, der sie getötet hat oder durch den sie wahnsinnig geworden sind. Und in diesem Moment sind sie auch noch durch den Fehlschlag in dem Ritual in einen eigenen Albtraum gesaugt worden, den sie selbst quasi dadurch erschaffen haben. Das ist erschreckend, aber glaube ich auch verdient. So, ich benutze jetzt einfach das Zeichen hier, denn wir nähern uns gerade schon wieder der Zwei-Stunden-Marke und wie jede Woche ist nach zwei Stunden leider schon wieder Schluss. Wir werden noch in den Traum gehen und ein bisschen leveln und so weiter und so fort. Vielleicht nur den Blutedelsteinen mal einsetzen. Vielleicht eine neue Waffe hochziehen. Ich überlege gerade, ob wir jetzt endlich mal den gewundenen Stock für irgendwas benutzen könnten. Der liegt ja seit ungefähr gefühlten, ja nicht nur seit gefühlten, sondern der liegt tatsächlich seit 13 Teilen in unserem Eventar und bleibt unbenutzt und wird immer mal wieder gelevelt, aber es, er kriegt einfach keine Liebe. Ich glaube, das mache ich doch jetzt gerade mal. Der ist ja auch nicht verkehrt. So, werde ich jetzt hier die Arcan-Werte und so weiter anschaue. Habe ich ja gerade schon gesagt, das war es jetzt für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die gesamte Zuschauerschaft. Es war echt nett, wie immer lade ich alles auch bei YouTube hoch und so weiter. Ihr findet es einfach unter meinem Namen oder unter dem Stream auch verlinkt auf schreckliche Weise. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis nächstes Mal. Ich bin Eresa und einen schönen Tag noch. Ich bin Eresa und ich bin Eresa